Meine Freunde der feministischen Hetzkampagnen. T-Tag ist ja mal wieder in der Kritik, beziehungsweise immer noch. Er hat ja nicht aufgehört mit seinen unreflektierten Takes. Man kann sie an der Stelle T-Takes nennen. Und dementsprechend ist die Staffel 3 im vollen Gange. Und als erste Iteration der dritten Staffel ist nun hier die Reaction von Alpha Kevin auf Thomas zu finden. Da gehen wir natürlich rein und gucken uns an, was Alpha Kevin zu Thomas neuem aktuellsten Video, in dem er effektiv mich die ganze Zeit angreift, zu sagen hat. Ich hoffe, Alpha Kevin mit dem längsten Hals in der Meinungsblogger-Szene verteidigt. Meine Ehre. Ich hoffe. Sonst ist nächstes Videoansage Video gegen Alpha Kevin. Unähmlich. Los geht's. Liebe Zuschauer, schön, dass du eingeschalten hast. Ich seh dich. Du bist gerade am Reaction schauen. Oder am Putzen. Oder am Ausruhen. Am Zocken vor allem. Du bist gerade am Zocken und willst jetzt eine Reaction nebenbei schauen. Da habe ich jetzt das Gute für dich. Wir reagieren jetzt auf T-Tag. Es reicht. Ich habe fast die Kuh vergessen. Die Kuh! Das war knapp. Keine Reaction oder die Kuh. Das war knapp. Junge, Junge, Junge. Geht 23 Minuten. Meine Reaction wird wahrscheinlich wieder gottlos lang. Das ist wichtig. Auf ehrenlos angelehnt. Und gut, der Kommentar, der sagt schon wieder. Nichts Positives voraussend. Die Bewertungen. Neodonation from Adem1-Hipster. Ich entschuldige mich mal im Ernst für meine Frons. Das Thema emotionaliert mich zu sehr, da jemand, der mir sehr nahe steht, selbst davon betroffen ist. Und da kochen meine Gefühle auch mal über. Bei mir genauso. Soll keine Rechtfertigung sein. Ich werde zukünftig eher bei dem Thema Abschalten 1. Vielen Dank für die 1 Adem1-Hipster. Bei mir genauso. Ich würde behaupten, dass jeder jemanden kennt oder selber betroffen ist von jemandem. Nicht betroffen ist, sondern jemanden kennt, der sowas schon mal erlebt hat, worum es hier geht in der Thematik. Die Statistik belegt das leider ja auch einfach. Und dementsprechend ist Wut, Frust auch völlig gerechtfertigt. Wir dürfen uns da halt nur nicht blenden lassen und müssen halt immer noch die sachliche Kritik bei der Gegenrede im Vordergrund haben. Denn es kann nicht sein, dass diese Art der widerlichen Rhetorik unkommentiert und unkritisiert stehen gelassen wird. Und sagen auch nichts Positives voraus. Ich bin gespannt, was kommt. Was ich schon an der Stelle sagen möchte ist, lass gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir sind mittlerweile, Leute, die meine Videos gucken, sind mittlerweile jetzt... Ey, hört mich auf ihn, lass bei mir ein Abo da. Mein YouTube-Kanal... Life is good. Vielen, vielen Dank, ich bin es ab. Mein YouTube-Kanal ist nämlich mehr oder weniger ein Füllhorn von stundenlangen Podcasts, die man gut beim Einschlafen oder auch beim Bahnfahren oder beim Putzen, Hören, Sehen und Genießen kann. Unnämlich. 42% auf dem Kanal. Das ist übel gut. Wir waren mal bei knapp über 30% und wir gehen auf die 50% zu. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, mach das gern. Würde ich mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir legen los. Heute keine Begrüßung. Es reicht. Oh Mann, ey. Geht so gut los. Immer. Immer ist da. Oh, die Wahrheit. Die Wahrheit. Wir haben in den letzten Wochen ja wirklich alles angedichtet. Ich betreibe weiterhin victim-blaming. Ich bin ein Frauenfeind. Ich bin ein Rassist. Klar. Also. Was hier ein wenig Text über meinem Gesicht, damit er den Clip nicht aus dem Kontext reißt. Zumindest nicht mit Bild. Haben wir jetzt eigentlich mit der Beine verstanden, warum er am Anfang des Videos das gemacht hat? Nur da? Weil. Also man könnte ihn ja immer noch aus dem Kontext reißen, wenn man das müsste. Um ihn kritisch darstehen zu lassen. Wenn man ihn das wollen würde, weil man es müsste, könnte man es ja immer noch. Das Ding ist, man braucht ihn nicht aus dem Kontext schneiden. Es gibt keinen Kontext, in dem seine Aussagen nicht unglaublich problematisch sind. Bro, also ich kann nur sagen, also das, was er halt geäußert hat, ich weiß nicht, wie man das Kontext, also ich weiß nicht, wie der Kontext sein muss, dass man das anders verstehen kann. Oder, oder das man so versteht, dass er es, äh, nicht rasiert, also, sorry, aber er spricht irgendwas von Schönheitsideal und mit deutschem Blut, so. Also das ist halt schwierig gelaufen, würde ich mal an der Stelle sagen. Und, äh, das ist nichts mit Kontext, äh, aus dem Kontext reißen, sondern die Aussage war einfach maximal, ich, also maximal schwierig, ja, maximal schwierig. Peter, danke dir. Ich bin der schlimmste Mensch auf dem Planeten, nicht wahr? Was, Bruder? Was, Bruder? Ja, ich habe mal Victim-Blaming betrieben, hab den Fehler allerdings eingesehen und mich dafür entschuldigt. Und ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, wenn ich Personen mit meinen dämlichen Aussagen damals verletzt habe. Das war natürlich nie meine Intention. Ich habe kein Problem damit, wenn man Kritik äußert. Ja, aber der hat doch im Nachgang, also ja, er hat das gesagt. Er hat in seinem Verteidigungsstream einfach auch bewiesen, dass er sich überhaupt nicht reflektiert hat. Und hat dann wieder davon gesprochen, indirekt, dass es trotzdem eine klitzekleine Teilschuld gab. Beantwortung. Er hat wieder darüber gesprochen. Also, demnach ist dann auch so eine Entschuldigung nicht ernst zu nehmen, weil dann hat er das Problem ja immer noch nicht verstanden. Wenn er dann schon wieder indirekt darauf anspielt, dass man ja eine naive oder eine Entscheidung getroffen hat, die dumm war oder irgendwie eine dumme Entscheidung getroffen hat. Was ja wieder impliziert, ja, er hätte sich ja anders entscheiden können. Ich mache es ja super, gerade trotzdem. ...oder nicht meiner Meinung ist, alles fein, überhaupt kein Problem. Ich lebe nämlich Demokratie, Meinungsfreiheit und vor allem Meinungsvielfalt. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, dass man weinig... Ich finde das beim zweiten Mal noch lustiger. berücksichtigt man, wie schnell er in seinem Verteidigungsstream den Bannhammer schwingt, wenn er einfach keine Lust mehr hat, mit Leuten zu diskutieren. So, weil die sind ja alle zu dumm. So, er liebt, er liebt Demokratie, Meinungsfreiheit und vor allen Dingen Meinungsvielfalt. Also es ist, beim zweiten Mal ist es noch lustiger. Das ist so gut, ey. Ich habe gesagt, Thomas, du kleiner Hochschulner. Also das ist Quatsch. Leute, beleidigt einfach nicht. Genau. Allein, dass er ihn Teilschuld, Thomas nennt. Ne, Leute, also Beleidigung ist nicht okay. Ja, ich bin gegen Beleidigung. Ich kritik und andere Meinungen äußern, auch gegen mich. Aber wenn man fordert, dass andere Leute ihre Meinung nicht frei äußern dürfen, weil sie anders ist als die eigene, überschreitet man Grenzen. Wenn man Aussagen aus dem Kontext reißt oder sie absichtlich falsch versteht... Aber das war ja offensichtlich nicht aus dem Kontext hier gerissen. Also er hat es ja auch gesagt, deutsches Blut. Das hier ist nicht aus dem Kontext gerissen, sondern das ist einfach die Wahrheit. Er hat das gesagt, dann sieht man auch im Video, dass er das gesagt hat. Also hat er seinen eigenen Stream angeguckt oder die Leute, die das auch so kritisieren, hat er angeguckt, was er da eigentlich gesagt hat? Also ich verstehe das nicht ganz, weil das ist ja nicht falsch. ...steht, um jemand anderen zu diskreditieren, überschreitet man Grenzen. Wenn man die Familie von anderen Leuten mit reinzieht, überschreitet man Grenzen. Wenn man auf dem eigenen Discord-Server Hass gegen jemanden duldet und sogar befeuert, überschreitet man Grenzen. Was? Was steht denn da? Hey, wegen Draymans Discord. Die ersten, äh, was? Die erstellen hauptsächlich Memes über dich. Ein paar hundert sind das bestimmt mittlerweile. Ansonsten... Äh, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, was es da unten noch bedeutet, aber okay. ...überschreitet man Grenzen. An der Stelle möchte ich kurz einwenden. Vor allen Dingen, wie einfach Kevin, aber einfach... Ah, okay. Es war auch einfach eine so schwache Verteidigung. Memes mit der Prävention sind neuerdings Mobbing. Ja, sind halt Hass-Symbole. An der Stelle. Sind Hass-Symbole und müssen auch vom Verfassungsschuss verfolgt werden. Memes wirklich gefährlich. Versetzen unsere Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Wacht auf, ihr Schlafschafe. Dass Traymond ja auch nicht bestreitet, ob seine Feministischen, hasserfüllten Memes zu dulden. Er stellt lediglich in Frage, ob er den Hass koordiniert oder nicht. Und da möchte ich mal kurz, ähm, weil hier der Name eben auch gefallen ist mit Traymond. Da möchte ich mal kurz auf Traymond zu sprechen kommen. Denn der macht genau... ...deine Meinung Screenshot und auf selben Petitionen öffnen oder auf Discord-Shitstorm-Attacken koordinieren. Auf Discord-Shitstorm-Attacken koordinieren. Wisst ihr, wie oft mir gesagt wird, auf, ähm, ja, Tray... Wie oft mir gesagt wird, ja, auf dem Discord von Traymond wird Video über dich gelästert und dies und das. Das ist halt schon, ja, meiner Meinung nach peinlich. Also, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du das koordinierst, aber du nimmst ja daran teil und das ist dein Discord-Server. Anstatt sowas zu unterlassen, befürwortest du es ja also. Warum sollte ich es unterlassen? Bin ich dir irgendwas schuldig? Einfach mit Anstand zu tun, dass man sowas nicht unterstützt. Mobbing auf dem eigenen Discord. Ich bin ein wilder Krieger. Ist okay, was ich die letzten Wochen erfahre. Man, man könnte, man könnte ja von Teilen schuld sprechen. Ich mach direkt meine, meine Antwort da drauf. Weil, ich mein, wenn du auf einer Aftershow-Party bist, so, dann, dann hast du damit ja irgendwo als Frau zu rechnen, laut Thomas. Hat er sich ja reflektiert, ne? Denkt er ja nicht mehr so. Jetzt hast du nur noch die Verantwortung, dass wenn du im Club bist. Nicht, dass nichts was passiert, weil man weiß ja, da sind ja ekelhafte Männer. Aber wenn du solche komischen Takes raushaust, dann hast du keine Verantwortung und auch keine Teilschuld, wenn die Leute diese Takes nicht fühlen und dementsprechend darauf reagieren. Das ist dann Mobbing. Muss man wissen. Die Frage ist, es ist keine sachliche Kritik. So sehr man auch tut, als wäre es das, das ist es nicht. Ich werde die nicht... Ja, aber die Frage ist, wie sehr provoziert man eigentlich mit seinen Aussagen, ja? Das muss man auch mal... Ey, jetzt, das muss man mal an der Stelle trotzdem sagen. Natürlich, sachliche Kritik wäre immer angebracht und gut und da lernt man vielleicht draus. Aber weißt du, wenn Titek die ganze Zeit das Gleiche erzählt, dann irgendwie sagt, ja, es tut mir leid für die, die ich angegriffen habe. Und dann greift das sie indirekt wieder an, dann ist das irgendwann... Also dann denkt man so, okay, wen willst du hier eigentlich verarschen? Hast du es verstanden, was wir eigentlich als Kritik meinen? Und ja, dann fährt man... Der versucht hat bis heute, einfach die gesamte Welt zu gaslighten. Und er glaubt halt wirklich, dass er klug genug ist, dass das klappt. Das ist aber nicht so. Also es kauft ihm ja niemand ab, außer die drei Kekos bei der Tankstelle. Vielleicht mal ein bisschen aus der Haut, aber liegt halt vor allem auch daran, dass seine Aussagen super provokant sind. Ja, das in diesem deutschen Blut zum Beispiel. Warum juckt dich überhaupt einen fucking Miss Germany irgendwas wahr? Das interessiert keine Sau. Hat dich davor nie interessiert und plötzlich ist das ein ganz großes Thema und du musst dazu unbedingt irgendwas sagen, obwohl das gar nichts mit Schönheitspreis zu tun hat. Deswegen absoluter Käse. Also das ist halt dann einfach traurig und natürlich sind die Leute dann irgendwann ein bisschen sauer. Und seit dem Jahr geht das so. Und deswegen, ja, was soll ich dazu sagen? Also da braucht sich Titek über negatives Backlash nicht beschweren, aber natürlich sollte man jetzt nicht komplett aus der Haut fahren und permanent beleidigen. Ja, das bringt auch nichts. Und also davon wird er jetzt nicht eins... Nicht permanent beleidigen. ...sichtig und sagt dann, okay, ja, hier, es tut mir ja so sehr leid, weil ihr habt mich beleidigt. Negative Aufmerksamkeit, die ich aktuell bekomme, nutzen, um zu zeigen, was ich wirklich meine und was ich wirklich gesagt habe. Er möchte sich... Er möchte sich gegen Mobbing einsetzen. ...Schuld bzw. Schuld von Opfern. Egal wie man es dreht und wendet, ein Opfer hat immer genau 0% Schuld an der Tat, die man ihm antut. Und nichts, was ich nach dem ersten Video darüber sagte, widerspricht dem. Als ich also von Verantwortung sprach, sprach ich nicht von Schuld. Diese zwei Dinge sind in dem Kontext nämlich keine Synonyme. Ja, richtig gehört Traymond. Verantwortung und Schuld sind eben keine Synonyme. Das ist mit dieser Rhetorik eine... Also naja, jetzt ein drittes Mal erklären, wie er es so meint und es kommt trotzdem dann am Ende des Tages genau das gleiche rüber. Ja. Ach man ey, das ist wirklich... Das ist nicht mehr lustig. Wenn eine Schuldverlagerung, eine Verantwortungsverlagerung auf die Schultern der Opfer gerechtfertigt wird, will Thomas natürlich nicht sehen. Weil Thomas nicht versteht, was Synonyme sind. Wrong, 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 wrong. Schönen Verantwortung. Okay, das möchte ich jetzt selbst recherchieren. Ach, das ist das schon so danach. Synonym. Schuldsynonym. Wir haben hier das Wortlexikon. Komm, das möchte ich jetzt selber schauen. Okay, wir haben bei Schuld, Synonyme. Wenn jetzt Verantwortung kommt, dann würde ich sehr, sehr lachen tatsächlich. Ich gehe mal auf... New Donation from Leonie unterstrich 0845, wo du beim Pizza essen bist. Wenn schon hypothetisch ein Schönheitswettbewerb des Phänotypes kreiert wird, habe ich eine Frage. Wenn Ananas Salami wäre, würdest du sie auf der Pizza tolerieren? Eins. Wenn Ananas Salami wäre, würde ich sie auf der Pizza tolerieren. Weil ich bin doch kein Italiener. Danke für die Eins. Und ich gebe Verantwortung. Nee, aber ganz kurz ist das... Hier steht Verantwortung. Aber gehört das noch dazu? Schuldsynonyme? Bedeutung? Schuld? Bedeutung? Warum googelt Alpha Kevin, wenn es um Synonyme geht? Junge, okay, das gehört eigentlich alles zu den Synonymen von Schuld. Junge. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Ei, ei, ei. Geh doch in den fucking Duden, Bro. Komm, wir gehen mal in den Duden rein. Ja! Was sagt denn da Duden? Dann frag den Duden. Alter, ihr und euer Schei... Ach, was denn für Adblock ausschalten? Ich halte vielleicht gar nichts mehr aus. Diese Werbung... Hier auf dieser Seite pausieren. Ja, komm, wir pausieren auf der Seite. Nein! Das ist also Real Talk. Also ich glaube nicht mehr. Also jetzt, jetzt, äh... Moment, das ist Zeit für... Unangenehm! Nicht raus, ja? Du musst einfach nur Schuld-Synonym eingeben und dann kommt andere Worte für Schuld. Schuldig und verantwortlich. Bin ich irgendwie dumm oder so? Oder wie... Was? Was? Was bin ich sehend? Das ist ja noch einfacher zu finden, wenn ich einfach nur Schuld beim Duden eingebe. Da kommt direkt als Synonym verantwortlich. Das kannst du niemand erzählen. Also das kannst du... Andere Wörter für Schuld. Verantwortlich. Also das ist wirklich jetzt... Das ist bitter. Also er geht jetzt überall hin und gibt irgendwie ein Schuld und Verantwortung. Aber gibt nicht mal im Duden ein Schuld, Synonym, und dann kommt verantwortlich. Bitte. Nur weil du nicht in der Lage bist, den Unterschied zu verstehen, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Lass dir das auch... In diesem Kontext, mein Lieblingswort in diesem Fall, ist diese Aussage umso witziger. Nur weil du nicht... Ich liebe alles daran. Er dachte sich... Er dachte sich Real Rap... Mit diesem Video wehrt er sich gegen diese ganzen bösen, bösen, feministischen Hats... Hater. Und ähm... Er ist dann sozusagen... Endlich wieder... Endlich wieder on top. Dabei hat er sich einfach nur blamiert. Und ich kenne den Mitleid. Wäre er einsichtig. Ich würde gerne nochmal von der Traumatherapeutin sagen. Ei, 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 ei. Traumatherapeutin hat einen ganz besonderen Punkt. Also wenn schon der erste, sehr einfache Punkt, den man wirklich easy recherchieren kann, wenn der erste Punkt mit einem Klick irgendwie schon widerlegbar ist, dann wird das... Was wird das jetzt für ein Video? Darkes Video an der Stelle. Das ist jetzt die große Frage. Wir sind gerade mal bei 3 Minuten 30. Was wird das für ein Video, wenn man jetzt schon im ersten Punkt direkt erkennen konnte, dass er da falsch liegt? Wichtig ist in diesem Kontext auch noch einmal Verantwortung und Schuld zu differenzieren. Hier steht nochmal explizit Eigenverantwortung sogar. Explizit Eigenverantwortung. Sieht sehr gut. Was, das ist eine... Was, eine Traumatherapeutin? Verstehen heißt es nicht, dass es keinen gibt. Lass dir das auch gerne nochmal von der Traumatherapeutin sagen. Wichtig ist in diesem... Okay, pass auf, Traumatherapeutin. Folgendes hat mir eine Zuschauerin geschrieben vorhin, weil die gesagt hat, jo, falls du auf T-Tag reagierst, kannst du mal das mit erwähnen oder so. Ehren. Und das werde ich jetzt gleich mal tun, weil, genau, pass auf, Proxy, Grüße gehen raus an dich, falls du das hier siehst. Sie hat mir Folgendes geschrieben. Ehren, Proxy. Ehren. Solltest du auf T-Tag reagieren, Google auf jeden Fall die zitierte Traumatherapeutin. Spoiler, kein Psychologiestudium, nur Heilpraktikerin. So viel hat Raymond auch schon rausbekommen. Ehren. Aber viel interessanter ist, dass sie... Namensnennung, Ehre. Ich brauche so ein Party, ich brauche so ein Party im Modal. Wie geil ist das denn? Wurde erwähnt. Ich wurde... Ich wurde erwähnt. Wir wurden gesehen in unserer Arbeit, Freunde. Wir wurden gesehen. Wir haben uns hier drei Stunden den Lörres um die Ohren gekloppt. Das war... Also das war aber ganz... Das tat wirklich sehr weh. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich eigentlich die Perücke tragen sollte. Nee, nur wenn Thomas neue Videos macht. Wir ihn wirklich sehr ernst nehmen müssen. Dann. Wir können ja nicht jedes Video sehr ernst nehmen. Das... Wohin kommen wir dann da? ...Weiterbildungen bei Michaela Huber auf der Homepage aufgeführt hat. Zu der wiederum gibt es einen Wiki-Artikel. Die ist super problematisch. Ein echtes Rabbit Hole. War auch schon bei Böhmermann Thema. Ihr seht mich aufbereitet, wenn man sich mit dem Thema Satanic Panic... Nee, Satanic Panic tiefer beschäftigt. Aber okay. Leider ist Trader nicht drüber gestolpert. Hab's Kaiser auch geschrieben. Wäre schön, wenn... Einer von euch da einsteigen würde. Ich steige da jetzt nicht direkt ein. Ja, aber ich will es mit erwähnen, dass diese Person hier keine Traumatherapeutin sein soll. Ja, laut den Informationen, die mir hier vorliegen. Wenn du in den Live-Talk mit Thomas gehst, zieh dich verrückt. Ja, ne? Er wird wahrscheinlich sowas auflegen. Er wird das sehen und wird sofort auflegen. Sehr interessant. Okay, das ist eine wilde Nummer. Also Traumatherapeutin ist kein geschützter Begriff. Okay, dann kann es dies ja theoretisch auch sein. Vom Ding her müsste ich das alles auch nochmal aufarbeiten. In einem eigenen Video auf dem Zweitkanal. Aber auf dem Hauptkanal kommt mir der Thomas nicht nochmal unter. Aber vom Ding her müsste ich das eigentlich auf einem Zweitkanal auch nochmal... Also ich habe ja jetzt die erste Aussage mit Stream und mit den Memes und sowas habe ich ja dagegen geredet. Easy aufgezeigt so. Und nochmal die Situation genutzt nochmal eure Memes zu veröffentlichen. Was wir ja eigentlich nicht machen. Weil es ja irgendwo auch nicht zweckdienlich ist der Debatte. Aber einfach ein witziger Zeitvertreiben ist halt Kunst so. Kunst um der Kunst willen. Aber weil er uns provoziert hat muss ich es halt tun um aufzuzeigen dass unsere Memes halt nicht Thomas töten oder was weiß ich. Sind sie halt nicht. Ähm und im nächsten in der nächsten Folge würde ich sagen müsste ich mir mal seine Aussagen müsste ich mir mal seine Quellen mal angucken. Aber allein diese Quellen ist ein Fiebertraum. Das ist ein Fiebertraum. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also ich glaube er hatte einfach das war ein soziales ich würde schätzen das war ein soziales Experiment und der wollte sich einfach so stark wie möglich mit seiner Quellenarbeit blamieren und selbst diskreditieren. Vielleicht ist er selber wahrscheinlich Masochist. im Kontext auch kann ich aber auch dann sein noch einmal Verantwortung und Schuld zu differenzieren oder von Will Smith Es gibt einen validen Grund warum ich Will Smith einblende abwarten Ich hatte gerade eine Diskussion mit einer meiner Freundinnen und wir sind stecken geblieben bei dem Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Sie hat immer darüber geredet dass es jemandes schuld sei und ich sagte dass es letztlich egal ist wessen Schuld es ist wenn es deine Verantwortung ist es zu reparieren. Okay Naja doch es ergibt ja schon Sinn das zu wissen und klar abgrenzen zu können dass man nicht selber der Schuldige ist ich dementsprechend nicht schämen brauche das ist ja schon wichtig anzuerkennen so dass man in dem Fall nicht die schuldige Person ist die Verantwortung die daraus entspringt ist ja eine ganz ist das ja klar aber also es hat halt null mit dem Thema zu tun also so null hat seine hat seine Freundin ihm doch versprochen Fragezeichen also ich ich habe nicht verstanden zum Beispiel es ist hier es ist niemand schuld dass der eigene Vater ein missbrochener Alkoholker war aber es ist auf jeden Fall eine eigene Verantwortung herauszufinden wie man mit diesem Trauma umgeht da sind wir ja gar nicht so extrem drauf eingegangen sondern in der ersten Reaction aber er verschiebt hier einfach den Goalpost er verschiebt hier einfach den Punkt der Debatte er verschiebt einfach weiter die Debatte und tut so als wollte er im Allgemeinen darüber sprechen was er nicht getan hat zum Beispiel es ist niemanden schuld dass der eigene Vater ein missbrauchender Alkoholiker war aber es ist auf jeden Fall die eigene Verantwortung herauszufinden wie man mit diesem Traumata umgeht und sein weiteres Leben zu gestalten also ich lese hier gerade ich lese hier gerade ganz wichtig auch auch dass es immer noch kein Angriff auf Discord ist diese Spaces die Spaces reden über Raids und Attacken auf andere Server die Memes bleiben ja in meinem Server ja heißt auch die Aussage von den Space Frogs wurde in dem Fall von Thomas aus dem Kontext geschnitten um zu untermalen oder in dem Fall zu framen dass er ja hier sich als Opfer gemobbt fühlt von etwas von dem er nicht mitbekommt also ich bin davon überzeugt dass irgendwo auf irgendeinem anderen Server irgendwo im Internet auch irgendjemand was Schlechtes über mich sagt mit dieser mit dieser Tatsache kann ich gut leben ich kenne diese Person nicht diese Person muss mich nicht mögen ich alles gut so das ist ja also Mobbing wäre es doch im Internet unmöglich nein oder ne also Mobbing ist es doch in dem Punkt wenn er selber behelligt wird damit wenn man ihm die zuschicken würde wenn er keine Ahnung in Social Spaces angesprochen werden würde mit den Memes und wenn er auf keine Ahnung Twitter oder sowas regelmäßig verlinkt werden würde dass wenn er Twitter öffnet er irgendwelche Offensive Memes ins Gesicht gedrückt bekommen würde dann wäre es ja Mobbing natürlich tun wir es alle nicht keins dieser Memes war dafür dass man sie veröffentlicht der breiten Masse zukommen lässt aber das das unterstellt das ja weil sonst kann er sich ja nur sonst kann er sich ja gemobbt fühlen das ist so lust aber das hat aber hat denn das eine jetzt großartig was mit dem anderen zu tun überhaupt nichts das hat ja überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hier ging es ihm ging es nur darum wortgläuberisch wie er halt nun mal ist den Unterschied zwischen der potenziellen Schuld und Verantwortung aufzuzeigen dass das halt zwar Synonyme sind was er ja dementiert obwohl der Duden halt das Gegenteil sagt aber sie halt auch was anderes in einem in Kontexten bedeuten kann was ja offensichtlich so ist ein Synonyme ist es nicht das gleiche Wort so so und damit will er effektiv davon ablenken dass er halt im Vorfeld ja nicht von der Verantwortung der Betroffenen gesprochen hat und auch nicht in der Verantwortung nicht sich sondern er hat davon gesprochen dass Opfer in in der Verantwortung sind sich nicht in Gefahr zu bringen und dass wenn das passiert man da ja auch drüber sprechen kann und sollte weil man ja nicht darauf beharren kann dass sich die Täter verändern weil man ja nicht alle Täter verändern kann und deswegen muss man ja auch über die Verantwortung der Opfer sprechen also er hat effektiv er hat effektiv einfach die Debatte so verschoben dass er sagen kann ja aber ich habe ja die ganze Zeit von Verantwortung gesprochen und gar nicht mehr von Teilschuld den Fehler habe ich ja eingeräumt was nicht der Fall ist er hat einfach nur dieselbe Rhetorik dasselbe Problem was man ja für die was man ihn kritisiert hat hat er mit einem neuen Wort mit einem Synonym von demselben Wort ausgewechselt und versucht immer noch diese selbe Rhetorik zu fahren grüße an der Stelle moin es geht auch gar nicht um die Konsequenzen danach also bei einem missbrauchenden Alkoholiker dann hast du ja schon etwas und daraus versuchst du verantwortlich zu handeln und zu sagen okay so und so gehe ich dann damit um aber hier unter anderem zum Beispiel wenn dein Vater Alkoholiker ist teilweise sind gewisse Süchte sind unter anderem vererbbar Spielsucht oder so ich bin zum Beispiel ein extrem suchtgefährdeter Mensch so wenn man das von sich selber weiß oder von seinem Vater weiß dann ist das zum Beispiel in deiner Verantwortung so wenig dich in Sucht auslösende Situationen oder mit Substanzen auseinanderzusetzen beziehungsweise diese zu konsumieren um halt dieses Potenzial was man kennt dass man es hat nicht zu verfallen und das ist deine Verantwortung so wie es auch deine Verantwortung ist keine Ahnung jeden Tag drei Mahlzeiten zu essen oder sowas würde ich behaupten würde ich das hinkriegen aber es geht ja nicht es geht ja nicht um diese darum geht es ja nicht es ging ja nie da drum was uns in unserer Verantwortung geht Alarm Alarm Kevin Come on Wir lieben euch Wir sind alles liebe Menschen Ahoi Wir lieben uns alle Willkommen Raiders Hallo Vielen vielen Dank für dein Raid Ich habe gesehen dass du dein Video fertig geschafft hast das werden wir uns auch noch heute angucken wenn wir mit der Thomas Schmerzerei fertig sind Willkommen Willkommen Der Ehrenpfleger ist unter uns Willkommen Ich hoffe für die Leute die auch von mir im Chat noch drin sind und das Video von Kevin nicht gesehen haben guckt euch das Video an Kevin ist einer der Rising Stars der Meinungsszene so ein Ding ist das nämlich beim Schnitt kann ich mir noch die eine oder andere Scheibe abschneiden dementsprechend guckt euch das unbedingt an ist wichtig und richtig das Thema wir sind gerade dabei ich habe ja mein Beef ich habe ja Beef mit Thomas und da sind wir dementsprechend gerade so ein bisschen den Beef am Ausschlachten man kann sagen wir schlachten das aus aber es wird immer wieder neue Sachen geben neue Sachen die man anmerken sollte in dieser Thematik und dementsprechend werden wir nicht müde das zu thematisieren hier wurde ja kritisiert ja eine wunderschöne gute Nacht dass man überhaupt erst zu solchen Partys geht also ohne dass man überhaupt wusste dass was Schlimmes passiert also das Beispiel trifft hier nicht drauf zu das Beispiel würde darauf zutreffen wenn man als Frau weiß okay diese Aftershow Party von Rammstein da kann folgendes passieren so also nur dann würde das hier Sinn ergeben also zumindest vom Vergleich her aber das ergibt keinen Sinn genau Thomas spricht vor was er das war das ja Tat will Smith von der Tat dann danach ja deswegen ergibt das Beispiel hier keinen Sinn was es ist nicht deine Schuld wenn dein Partner dich betrügt und deine Ehe ruiniert aber es ist auf jeden Fall deine Verantwortung herauszufinden wie man den Schmerz überwindet und dein glückliches Leben daraus gesteckt Hä Junge checkt er überhaupt warum man ihn kritisiert man kritisiert ihn weil er etwas er checkt das wirklich entweder er checkt das nicht er will es nicht checken der Lack schmeckt einfach zu gut und ist sowieso schon lange nicht mehr Teil der Realität so der Brie weil also ja natürlich trifft da das Wort Verantwortung zu natürlich so wenn du wenn du wenn du wenn du betrogen wirst und du trennst dich von deinem Partner so unabhängig davon was da in der Beziehung passiert ist bist du ja nachdem ihr getrennt seid verantwortlich für dein weiteres Leben das wird ja auch niemand dementieren vor allem wenn die Person wenn alle Personen erwachsen sind wird ja keiner tun so also das ist ja völlig also auf ganz hochprozentiger Basis angelieht also ich meine er blendet hier einfach Will Smith ein haben wir ja auch schon im ursprünglichen Video gesehen aber ich hab wir haben ja wir sind ja eher auf ernster Basis da reingegangen dementsprechend haben wir uns nicht mit jedem Punkt auseinandersetzen können in die Tiefe drei Stunden lang so aber er blendet hier Will Smith ein der effektiv von was ganz anderem redet und die bangt sich damit selbst angemacht wie kann man sagen da passt ein Meme das immer im Discord drin steht er hat ja Leute mehr oder weniger Schuld oder Verantwortung gegeben bevor etwas passiert ist Will Smith macht das nachdem etwas passiert ist wie man dann damit umgeht aber davor kann man es doch gar nicht wissen und dementsprechend ist das komplett irrsinnig das Beispiel das ist jetzt wirklich der zwei Punkte bisher aufgeführt und die zwei Punkte waren easy ohne dass man irgendwas rausfinden muss waren easy widerlegt jetzt schon wieder Schuld und Verantwortung sind keine Synonyme das ist scheiße aber so ist es wenn jemand Schuld hat wollen wir Bestrafung wir wollen dass es seine Verantwortung ist das wieder gut zu machen er hat sich verstanden aber vor der Tat hat es nach der Tat das ist seine Handhabe das ist sein wir wollen den Punished wir wollen den zu pay wir wollen die responsibility zu fixen aber das funktioniert nicht besonders wenn es um dein Herz dein Leben dein Glück geht das ist deine Verantwortung niemand niemand ist sonst also ich stimme ja hier Will Smith ein Stück weit zu nach einer Aktion aber ja also keine Ahnung wenn jemand du hast einen Autounfall ich hatte hatte genug in meinem Leben nachvollziehbar du hattest einen Autounfall dein Fahrer ist schuld du hattest einen Autounfall dir ist das Gesicht aufgeschlagen worden und du hast keine Ahnung gebrochenes Bein oder sowas du kannst natürlich dein ganzes Leben lang dieser Person die Schuld geben quasi wegen dem Autounfall aber es es hilft dir ja nicht wieder beim Gehen darum geht es ja auch überhaupt nicht in der Debatte es geht ja natürlich darum dass man selbst wirksam weitermacht das ist ja mal das was du in der Therapie auch lernst nach einem traumatisierenden Ereignis aber das war ja nie die Debatte die Debatte und das war ja auch Kern der Kritik dass ein Thomas die ganze Zeit einen widerlichen Opferfokus an den Tag gelegt hat und seinen nicht existierenden Täterfokus so argumentiert hat dass man ja auch sowieso nicht Täter erreichen kann weil die wollen ja gar nicht rücksichtig sein und die werden ja man wird ja nie alle Täter erreichen können so und dementsprechend müssen die Opfer ja im Vorfeld sich sicherer verhalten oder sowas und dabei ignoriert er komplett dass Frauen generell sich unsicher fühlen deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diese Umfrage diese mit wem wärst du lieber im Wald alleine nen Bär oder nen Mann weil sich Frauen eben generell unsicher fühlen in unserer Gesellschaft das ist halt und Thomas so oh mit dem Versand an Verantwortung und und Schuld sind keine Synonyme das ist so dumm das ist so dumm vor der Aktion ist das halt hirnrissig und Will Smith ist jetzt aber auch kein Profi der darüber Bescheid weiß was jetzt nun die Definition davon ist dementsprechend ist das eh egal sag ich mal Nico Dankeschön für den Subman das ist mein Lieblingspart aus dem Video das ist mein Lieblingspart warum kommt kein Ton mehr ich liebe diesen Part warum kommt kein Ton mehr achso hier kommt wieder Ton einfach Ton weg das hat er zensiert ah ok aber warum ok gut dann kann ich es ja jetzt hier ein bisschen wegskippen aber so funktioniert es nicht besonders wenn es um dein Herz dein Leben geht genau es ist deine Verantwortung und niemand sonst solange wir mit dem Finger auf andere zeigen und darin verhachen wessen Schuld etwas ist sind wir in einer Opferrolle und solange wir dass Thomas das einblendet ohne in Flammen aufzugehen dass er das einblenden kann ohne selber in Flammen aufzugehen solange wir solange wir David sehr sehr wild sehr sehr wild sehr sehr wild sehr sehr wild vollere Opferrolle sind verharren wie am Leid das ergibt alles keinen Sinn der Weg zur Kraft ist Verantwortung zu übernehmen dein Herz dein Leben dein Glück und deine Verantwortung und niemand sonst schuld trifft also ich find's weird sag ich sowieso also auf Opfer niemals zu die Schuld hat an der Stelle kann man sich vielleicht fragen ob er einfach nur ein Video lang machen wollte oder so vielleicht hat er auch einfach lange Weile und hat einfach seinen Lieblings random Künstler zu Wort kommen lassen wollen aber also Will Smith ist wohl die letzte Person die ich zu Wort kommen lassen wollen würde wenn es um Schuld und Verantwortung geht aber sein Video hat ja sowieso länger auf sich warten lassen ich geh mal davon aus dass er ein bisschen lange gebraucht hat um sich für seine krude Rhetorik für seine krude Logik die passenden beziehungsweise unpassenden Quellen zurechtzulegen habe ich schon was von der Opferentschädigung gehört oder hält er das für ein so ne so ne 4 Bürgergeld ich glaub der hat noch nie was davon gehört ne hat immer der Täter niemals das Opfer dummerweise gibt es jede Menge Menschen die davon nichts wissen wollen die große Politik etwa liefert jede Menge Beispiele dafür wie es ist keine Verantwortung zu übernehmen wir sind es längst gewöhnt dass Menschen Verantwortung meiden wie der Teufel das Weihwasser stattdessen leugnen sie den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung weil Thomas nicht versteht was Synonyme sind woher das ich find das so gut also Raymond hat immer noch recht dass Schuld und Verantwortung Synonyme sind offensichtlich das konnte man jetzt mit einem Mausklick rausbekommen ich find das so witzig und ich find das so witzig das ist Real Talk einfach lustig das ist einfach lustig diese Wortklauberei obwohl man einfach im Duden nachgucken könnte das ist einfach lustig und wäre das nicht würde er diese ganze Rhetorik nicht diesem vorgeschobenen Grund würde er das nicht alles fahren um dann sagen zu können ihr beziehungsweise ich wir sind das Problem wir sind die Victim Blamer dann wäre das alles aber funny hä er vergleicht nun Aktionen von Politikern mit Missbrauch von Frauen jaja weil die Politiker die da oben nämlich die wollen keine Verantwortung übernehmen und deswegen ähm werden Frauen missbraucht ja weil Gründe also es ist immer noch ein Synonym also Treyman hat faktisch recht mit dem was er da sagt und er versucht jetzt hier ein großes Thema draus zu machen wegen dem scheiß Synonym was aber offensichtlich äh oder wo der Punkt offensichtlich an Treyman ja nur nur gehen kann kommt ich denke weil keiner schuld sein und da sind wir wieder beim Thema wir verstehen unter Verantwortung das gleiche wie unter Schuld die beiden Begriffe werden ständig in einen Topf gerührt und vermischt weil Thomas nicht versteht was Synonyme sind und hier zitiere ich kenne Realtalken niemanden ich kenne Realtalken niemanden der zwischen unter Schuld und Verantwortung das gleiche versteht ich kenne niemanden etwa irgendeinen dahergelaufenen Dully sondern einen Experten im Umgang mit Traumata ich mag die Art wie nicht irgendein dahergelaufener Dully sondern ein Experte die Experten die seriösen die seriösen Quellen sind extra als Thomas sein Video geschnitten hat sind als Thomas sein Video aufgenommen hat sind die seriösen Quellen extra nochmal zurückgekommen um ihm zu sagen dass er im Recht ist diese Experten sind diese Experten gerade im Raum Thomas ich kenne das alles nicht das ist so geil die Sprache und Wissenschaft ist schuld ja alles alles vorbei oder kannst du ja sicher ausdenken wie Will Smith Klartext redet jedes Wort Salami stimmt da Thomas zu und schießt gegen dich der ist halt auch einfach klüger als der Duden so der kann die Sprache einfach besser als den Duden so wenn der Duden sagt dass ne Schuld und und Verantwortung synonyme sind so dann hat Salami da einfach recht weil das ist halt einfach ne lernst du in der Schule so ein der Duden ist nur halt irgend so ne Meme Page alles ok I guess keines ist zu viel ein heikles Thema das noch heikler wird wenn es beispielsweise um sexuellen Missbrauch geht niemand ist schuld daran wenn er sexuell missbraucht wird Kinder schon gar nicht die Täter sind schuld niemand sonst die Schuldfrage ist grundsätzlich nach hinten gerichtet in die Vergangenheit aber wer ist denn jetzt eigentlich der der so an und meinst du Thomas ist noch zu retten nein Thomas ist schon lange nicht mehr zu retten um also das ist dann das ist so ne so ne so ein Mythos dem kann niemand mehr helfen der ist schon lange lost das ist so ein Mythos der sich immer mal wieder in den Kommentaren effektiv hält wie man den erreichen könnte so aber ähm zu dem Thema möchte ich gerne so ein Take die Magie der Brust einblenden hey ach ich hab die Einsspiele ausgestellt das nächste Mal da machst du nix warum 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 höre ich jetzt nichts für mich ist die weibliche Brust etwas anziehendes etwas erotisches etwas sehr schönes und etwas sexuell erregendes ich will mir die Magie von weiblichen Brüsten nicht kaputt machen lassen nur weil ein paar Feministen keinen Bock haben zum FKK-Strand zu gehen um nacktbaden zu gehen aber Thomas bevor Thomas sich äh äh fängt wird Kuchen links radikal davon hat das würde mich tatsächlich interessieren weil also er sagt jetzt das hat jemand geschrieben der Ahnung von dem Thema hat aber wer hat denn klären wer den Fehler gemacht hat wer der Täter war die Frage nach der Fahne das ist ein Business Coach also der hat sich den Dude angeguckt so aber hat äh ja der Dude verkauft keine Dübel der Typ ist ein ein Business Coach der Mitarbeiter der Unternehmen von also der den Mitarbeiter von größeren Unternehmen coacht beziehungsweise der PR der die PR Abteilungen von größeren Unternehmen coacht der hat auch ein Buch geschrieben wie man Gen Z im Arbeitsalltag ähm mehr einbringt und in die Workforce etabliert so das ist halt einfach einer dieser typischen Business Coaches Unternehmens Coach im Bereich die Mitarbeiterbildung so der hat gar keine Ahnung gar keine Ahnung von Traumatherapie von Traum im Allgemeinen und auch der Wortlaut der da stand so wir alle haben Bezug beziehungsweise Hintergrund oder Verbindung zu Trauma wir alle wenn du mal ein schlimmes traumatisiertes Erlebnis gesehen hast hast du auch genauso viel Beahnung von Trauma wie dieser Kerl Verantwortung ist dagegen allein auf die Zukunft gerichtet das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung weil Thomas nicht versteht was so die Nöbe sind die eigene Sicherheit ich glaube ich muss den Clip ich muss den Clip auch in Zukunft weiter einblenden weil er versteht einfach nicht was so eine Lübe sind gehört auch zu der eigenen Verantwortung das heißt aber nicht dass man Schuld dabei hat wenn einem doch etwas passiert also das könnte jetzt theoretisch Klaus Eberhardt von Sachsen-Anhalt geschrieben haben was den niemand kennt so und und dann sagt Hitek ja der hat richtig Ahnung von dem Thema und deswegen lese ich jetzt daraus vor das ist nämlich ein super krasser Beitrag genau wie er sich auch generell in der Vergangenheit ja auch an Kinderlexika auf Quellen verlassen hat oder diese eine Quelle wo er sich eingeschissen hat weil in irgendeinem japanischen Anime-Forum irgendein Troll von Männer Lockdown geschrieben hat hat er ein ganzes Video gemacht und hat sich eingeschissen und das und dann diesen die Lockdown diesen diesen Post effektiv als Quelle verlinkt also seine Quellenarbeit ist halt es ist halt der hat auch mal Dating Coaches ja die Fresh and Fit hat er auch mal als als Quelle als Aufhänger für seine Argumentationen verwendet also Thomas hat halt einfach die seriösesten Quellen und wenn er wenn er was beweisen muss dann kommen die seriösen Quellen auch extra nochmal zurück und bestätigen damit dass er recht hat Gott nicht Fresh and Fit ja wenn du wenn du mit deinem Content schon so frauenfeindlich bist dass sogar YouTube sagt nee du darfst hier kein Geld verdienen ja also ich keine Ahnung man natürlich kann man auch Dinge zitieren ich habe damit auch kein Problem aber wenn er schon davon spricht dass es irgend so ein Experte davon ist dann wäre es ja gut zu zeigen wer der Experte auch wirklich ist weil dann brauchst du es ja auch gar nicht erwähnen ja ich habe Hauptvideoidee die 25 beklopptesten Quellen von Titek könnte man halt Real Talk machen ja aber nein auf den zweiten Kanal könnte ich sowas bringen so aber nein die sind teilweise wild also da ist wirklich teilweise wirklich wild dabei ich habe damals mal Victim Blaming betrieben das war dumm das tut mir leid heute betreibe ich aber kein Victim Blaming mehr so sehr ihr mir das auch andichten wollt von einem Monat New Donation from Adam1 Rahl unter Strich Hipster Versuch 2 weil Stream Elements mich wieder zensiert darf ich mal kurz anmerken dass Thomas dringend lernen muss richtig zu zensieren ein Kumpel von mir hat Epilepsie und mal gesagt dass diese Art von Zensur richtig mies ist und triggern kann 1 oh das wusste ich nicht das wusste ich nicht also diese gelbe dieser gelbe Dingens Marker oder dieses äh ja diese geblurrte oder sowas sollte man das sollte man das vielleicht abdecken oder so wenn er das äh so flackernde Ding ah ah ja gut sollte man das vielleicht abdecken dann sonst mach ich Vollbild wenn das wieder ist ich weiß nicht ob wir gerade wieder jemanden stop einen haben wir in der Community der auch Epileptiker ist das ist einfach nicht wahr ich betone immer hä aber guck mal wenn er doch sagt dass Schuldenverantwortung was unterschiedlich was komplett unterschiedliches ist dann hat er doch laut ihm auch nie Victim Blaming betrieben bei Victim Blaming also ich weiß der Gurke er er versucht sich doch gerade zu verteilen und unser Rabe und unser Rabe dass er eben eigentlich kein Victim Blaming betrieben hat dass er nie von Schuld gesprochen hat sondern nur von Verantwortung und das dementsprechend praktisch abschmettert dass die Leute irgendwie ihm vorwerfen dass er Victim Blaming betreibt also ich verstehe das nicht ganz mal wieder dass Opfer keine Schuld tragen ich möchte nochmal ich habe übrigens die Seite der angeblichen Traumatherapie der meinen gezeigt die Therapeutin aus Thomas Video hat nun eine E-Mail erhalten sehr unangenehm sehr unangenehm sehr unangenehm wahrscheinlich distanziert sie sich auch von Thomas wahrscheinlich sie distanziert sie sich auch direkt von Thomas oh no wirst du sogar wirst du sogar rejected von jemandem den du nicht mal approached hast ist das unangenehm näher auf die Traumatherapeutin eingehen die ich eben schon mal kurz erwähnt habe denn wenn ihr schon nicht mir zuhören wollt dann hört wenigstens der Traumatherapeutin zu die auch von Eigenverantwortung spricht aber das ganz klar von Schuld differenziert nehmen wir das Beispiel zur Hand jemand hat durch die Versäumnisse und vielleicht sogar die Berufshaftigkeit eines anderen Menschen Schaden erlitten die Podcast-Folge heißt auch einfach die heilsame Kraft der Eigenverantwortung und wenn ihr Steckenpferd sein sollte dass wenn du bevor du in eine problematische Situation gekommen bist dass du eigenverantwortlich dich aus dieser Situation hättest rausretten sollen und wenn du es nicht geschafft hast dass du dann irgendwo auch daran verantwortlich bist dass es dir passiert ist dann kann die sich löschen gehen da ich aber nicht glaube dass das ihr Take ist sondern dass sie dir effektiv mehr Eigenverantwortung aufspricht und vor allem dann wahrscheinlich für ihr Coaching wirbt New Donation from Adam1 Rahl unterstrich Hipster ich mache auch ein Podcast die heilsame Kraft der Astralebene Kappa 1 Vielleicht vielleicht schicken wir mal Thomas ein Ticket dahin vielleicht heilt das die Lackschäden denn also ich begreife nicht wie man zu solchen Quellen kommt weil egal ob sie qualifiziert ist sie widerspricht ihm sie redet von nach dem Ergebnis ja ja deswegen deswegen glaube ich A wenn sie rausfinden würde dass ihre Videos für die Art von Zweck verwendet würden würde sie sich von ihm distanzieren und B bricht sie halt von wie wohl Smith nach einem traumatisierten Erlebnis und sagt effektiv das was jeder Mensch der erwachsen ist und nicht mit dem Kopf gegen die Tischkante haut regelmäßig und sich 10 Liter Lack reinstellt dass du natürlich Verantwortung über dein Leben nach traumatisierenden Ereignissen einnehmen musst und dass du nicht verharren kannst weil das Leben halt leider einfach sich weiter dreht und die Leute oder Dinge werden nicht ungeschehen leider so das ist natürlich scheiße und das ist unglaublich schmerzhaft und das weitermachen ist das härteste an der ganzen Sache würde ich fast behaupten weil du damit leben musst in dem Sinne aber darum ging es ja nie ich glaube das wird ja auch keine betroffene Person dementieren sodass dass da erwartet werden würde dass die Betroffenen dass die Betroffenen dass die Täter ja dann keine Ahnung anfangen würden Betroffenen ihr Leben neu zu sortieren oder sowas sondern einfach dass man denen halt keinen Anteil an der Tat aufspricht das ist ja bare minimum wenn man in dieser Debatte gar keine Aktien hat gar keine Ahnung dass man zumindest den Geschädigten nicht Anteil an der Tat aufspricht also und das hat er ja getan mehrfach auch im Stream allein das ist ja das Wilde allein in der Interaktion in seinem Verteidigungsstream mit Catsplay da hat er ihr doch da hat er sie versucht zu gassler indem man eine Täter-Opfer-Umkehr gebracht hat indem er sie dann problematisiert hat weil sie ja nicht möchte dass Frauen im Vorfeld Verantwortung übernehmen damit sie nicht zu opfern werden in dem Sinne und weil man da der Frau die Verantwortung abspricht ist man ja in dem Fall Catsplay das Problem also da waren nie und dann die Ausflüchtung nach der Tat ist vor der Tat also man kann ja mehrfach Schritte misserleben das ist ja auch nur eine Ausflucht um wieder dann in dem Fall er will ja nicht von Schuld sprechen aber dann Verantwortung weil nach der Tat so aber er geht davon aus dass dann Frauen mehrfach Dinge erleben was ja nichts daran also was was ja sein kann aber die Tatsache dass Frauen generell sich 24-7 Sorgen und Angst haben dass ihnen was zusteht ändert er nichts an der Tatsache dass er sagt ja aber Verantwortung also ich würde behaupten jede Frau weiß dass die die Welt draußen und auch drin also dass die Welt im allgemeinen fucking unsicherer Space ist jede Frau weiß das wir brauchen ja Thomas nicht und das weder nach einer Tat noch davor und ich verstehe nicht warum er das nicht versteht bei der Verantwortung nach der Tat geht es oft darum den Fokus des Opfers auf die Zukunft zu lenken um das Geschehen hinter sich zu lassen und um zu verarbeiten die Verantwortung um sich ein glückliches Leben aufzubauen genau genau als auf etwas auf ein glückliches Leben hinarbeiten als Heilungsmethode in Anführungsstrichen um halt wieder Agency Kontrolle übers Leben zu bekommen das einem ja traumatisiert wurde und durcheinander gebracht wurde durch schreckliche Taten das ist die Verantwortung in dem Fall die man den Betroffenen versucht aufzusprechen die da wieder hinzuführen aber von dieser Realisierung kann ich mir vorstellen dass man das halt möchte und kann und muss wird man halt unterbrochen ne nicht unterdrückt wird man halt ja es fällt einem halt schwierig da hinzukommen an den Punkt wenn einem die ganze Zeit Schuld an der Situation aufgesprochen wird wenn man hinterfragt wird in der Situation wie man in solche Situationen kommt wenn darüber gesprochen wird an welchen Orten das denn war und warum man an solchen Orten ist und was man anhatte und all solche Geschichten das führt ja eben nicht dazu dass du sagst dass was passiert ist liegt in der Vergangenheit und ich mach jetzt das Beste draus um in der Zukunft ein besseres Leben leben zu können ein gutes Leben leben zu können wenn aber dann irgendjemand die ganze Zeit rückblickend in der Vergangenheit rumstochert und versucht dir irgendwie aufzusprechen wie du dich ja hättest anders verhalten sollen wo du hier da und hier und dort und sowas so dann kommst du doch nur schwerer zu diesem Punkt wo du sagst ich lass die Vergangenheit in der Vergangenheit und blick in die Zukunft und versuch in die Zukunft hinzuarbeiten oder nicht also für mich klingt das jetzt eigentlich so wenn ich da mal so durchspreche klingt das ja logisch dass das eben nicht die Handhabe sein sollte von Schuld zu sprechen und Schuld implikatorisch den Aufwand aufzusprechen ich bin neun Jahre lang äh Therapie ich bin neun Jahre lang in der Therapie aber ich war damals zu Beginn so unfähig etwas für mich zu tun dass ich mir Hilfe von einem Landbetreuenden und einer gesetzlichen Betreuung äh holen musste ich hab damals niemals Verantwortung für mich übernehmen können das Cellie-Engine-Cheert X100 bin ja echt kurz davor dieses Thema einmal kurz anzusprechen wenn ich nächste Woche bei meinem Psychologen sitze der kriegt bestimmt Schädel-Hirntrauma vom Kopf schütteln der muss sich wahrscheinlich einen Therapeuten suchen der muss sich wahrscheinlich direkt auch einen Therapeuten suchen wie man zu sowas kommt so genau in solchen Stadien nach einem sehr schwer traumatisierten Erlebnis so ist ist man natürlich erstmal dann vielen Dank für die 100 Bits erstmal ja in Anführungsstrichen gelähmt jetzt nicht körperlich oder so aber halt in Anführungsstrichen gelebt so und da dann den Menschen wieder Kraft und Selbstwirksamkeit aufzu ran zu arbeiten so ist ja ein riesen Weg und da hilft es doch bestimmt nicht dann von der Verantwortung vor der Tat oder die Schuld oder sowas zu sprechen sondern es ist ja eh eh 30 Rückschritte wir anzuerkennen dass hier jemand anderes sich so genannt schuldig gemacht hat und sein Handeln Konsequenzen hatte für die er oder sie natürlich verantwortlich zeichnen müssen gleichzeitig und das ist dieser kritische kritische Punkt ist es jedoch so dass wir wenn wir davon betroffen sind eine wichtige Differenzierung leisten müssen und zwar die dass diese klare Zuweisung von Verantwortlichkeit oder Schuld einerseits bestehen kann während ich andererseits trotzdem noch eine gewisse Wirkmacht also Selbstbestimmung und Gestaltungsmöglichkeit in meinem Leben habe wenn ich bei der inneren Haltung zuerst hat er Schuld gesagt an Entschuldigung und dann Verantwortung ja ja er hat gesagt eine und wenn es eine winzig kleine klitzig kleine Teilschuld ist ne ne er hat erst sogar von Selbstschuld gesprochen er hat sogar er hat sogar Selbstschuld gesprochen von Selbstschuld gesprochen dann im selben Video auch noch von Teilschuld klitzekleine und dann und dann im Nachhinein wollte er ja davon sprechen dass man ja trotzdem auch über die Opfer sprechen muss dass man die warnt ich hatte mich auch noch dran ja ja ok ja gut dass die anderen Schuld sind nicht nur an meiner Versehrtheit sondern an dem was heute und hier ist dann schränke ich mich ein in meiner Gestaltungsmöglichkeit denn ja wir tragen die Verantwortung für uns selbst an der Stelle ist es wichtig zu differenzieren da es im Hier und Jetzt in unserem Erwachsenendasein immer so ist Neodonation vom Leonie-0845 ich habe eine Bekannte jahrelang bei ihrer Therapie begleitet und unterstütz wo es erstmal nur darum ging die Schäden zu beheben nach 5 Jahren konnte man die Traumatherapie anfangen die ganze Zeit ging es nie um Verantwortung oder so sondern darum dass sie keine Schuld an hatte 1 danke für die 1 danke für den Einwurf ich finde den Fokus also wir kennen den Fokus nicht das ist ja das Ding wir kennen ja nicht wir kennen nur diesen Ausschnitt aus dem Podcast wir kennen ja nicht den Fokus den die Dame hier auf Schuld oder Verantwortung in dem Sinne von Betroffenen setzt so kennen wir nicht wir kennen nur das was er uns zeigt was seiner These ja auch widerspricht du hast beim Autowenden angerufen und ein größeres Auto bestellt ne hab ich nicht noch nicht noch nicht die dritte Staffel ist aber noch nicht vorbei allermeiste Verantwortung für uns selbst und unser Leben tragen also wenn ihr den Opfern ihre eigene Verantwortung abspricht dann tut ihr denen damit absolut gar keinen Gefallen Eigenverantwortung hat sie nicht gesagt hat sie nicht gesagt das ist nicht das was die Dame gerade gesagt hat Thomas 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 das ist nicht das was sie gesagt hat Verantwortung zu übernehmen ist ein wichtiges Element in der Traumatherapie primär müssen wir Traumapatienten dafür gewinnen selbst er versteht das immer noch nicht also er versteht immer noch nicht dass Eigenverantwortung kannst du übernehmen nachdem dann etwas passiert ist bevor etwas passiert ist kannst du natürlich auch in einer gewissen Art und Weise zwar Eigenverantwortung übernehmen aber nicht bei Dingen wo du ja gar nicht weißt was auf dich zukommen kann und das war ja auch meine Argumentation dass es in Clubs und so und überall passieren kann du nirgends sicher bist und dementsprechend nicht damit rechnen kannst und eher ja aber man kann ja manchen Orten mehr damit oder weniger nein und dementsprechend kannst du ja auch keine Eigenverantwortung oder sowas an den Tag legen um dich zu schützen oder sowas weil es überall passieren kann das heißt von Verantwortung der Betroffenen von potenziellen Opfern zu sprechen ist halt ist halt Victim Blaming jetzt in dem Fall ja bei diesen Aftershow Partys das wusstest du ja nicht ja also davon geht man ja nicht aus dass sowas passieren kann dementsprechend ist das ist das irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht um was um was man hier so richtig spricht irgendwie ist der Fall auch nicht passend dazu Morpheus Dankeschön Gewinnen dafür Eigenverantwortung zu übernehmen wie bei jeder Psychotherapie hat der Patient den Hauptjob das geht nur wenn er seine Selbstwirksamkeit mehr und mehr spürt und als attraktiv erlebt Callcenter Buster GX100 vielen Dank für die 100 Bits dieses Callcenter Buster Ehre willkommen zurück Er hat doch die Schuldfrage gestellt und er wollte über die Schuld beziehungsweise die Eigenverantwortung die Teilverantwortung die Saivität von Betroffenen sprechen so haben wir diese Debatte überhaupt erst bekommen und dann hat er angefangen von der Verantwortung wegzulaufen sich für diese Aussagen gerade zu machen dann hat er sich dafür gerade gemacht glaubt er zumindest und dabei hat er neue problematische Äußerungen wieder rausgehauen und dann hat er neun Stunden Verteidigungsteam rausgehauen wo er dasselbe nochmal gemacht hat und noch mehr unglaublich problematische Sachen rausgehauen hat wofür er natürlich auch wieder keine Verantwortung übernehmen möchte warum spricht er über Verantwortung weil Thomas nicht versteht was Synonyme sind dann schadest du Opfern von sexueller Gewalt es ist wichtig Schuld und Verantwortung zu trennen damit Opfer die Kontrolle zurückgewinnen damit sie ihre eigene Selbstwirksamkeit wieder wahrnehmen können zu sagen Schuld und Verantwortung seien Synonyme nur um er checkt es wirklich also es ist es ist jetzt gerade wirklich ich bin gerade an dem Punkt wo ich sage wie kann man das absolut nicht checken also wie kann er das nicht verstehen T-Tech versteht nur nicht nicht nur nicht was Synonyme sind versteht auch nicht dass es Synonyme sind es ist wirklich es ist so schmerzhaft Shanks ich danke dir vielmals für den Sub gibt mir gerade Kraft in der sehr sehr schwer sehr sehr schwer an Zeit wieder gegen mich sein zu können ist absolut ekelhaft T-Trainment du hast es doch schon selbst auf den Punkt gebracht oder oder auch Betroffene sind nicht die Experten in dem Bereich die Leute die Ahnung es gibt aus einem guten Grund die Opferentschädigung weil Städte auch Verantwortung für Situationen übernehmen übernimmt als Stadt oder Städte ja in denen er seine Bürger nicht beschützen konnte ja es ist in der Verantwortung der Gesellschaft in dem wir da habe ich da hatten wir im Gleichstellungsausschuss haben wir darüber diskutiert wenn wir wenn wir als als Kommunalpolitiker wenn wir als Kommune wissen dass es Angsträume gibt in unserer Gesellschaft so und also offensichtliche Angsträume wo einfach weit und breit einfach niemand ist wo Leute aufgelauert werden können wo keine Laternen sind und alles mögliche so und wir wissen das und da macht niemand was dann ist die Stadt doch dafür verantwortlich dass wenn denn mal da genau da was passiert das ist ja mitschuldig und dann haben sie natürlich auch dann dementsprechend zu entschädigen klar so es gibt und ein und für Frauen wie gesagt ist die halbe Welt ein Angstraum so weil überall irgendwas passieren kann so aber wenn man schon weiß so ja da ist schwer einsehbar es ist schlecht beleuchtet oder gar nicht beleuchtet es ist neben einem im Vollzug ne vier Dinge für Spielplatz für nicht neben der Schule Schule die nahe einem Problemviertel ist so das sind alles Faktoren die natürlich da reinfließen können so wenn das begehbar ist so da bin ich weniger schlimm aber in der Regel wissen städte das wenn es Orte gibt wo wo sich Menschen besonders unsicher fühlen so also es gibt ja Sinn aber ist ja nicht die Schuld des Individuums soziale Brennpunkte soziale Brennpunkte ist besseres besseres Wort genau und dann gerade in sozialen Brennpunkten dann gibt es da keine Ahnung so Gassen und Straßen und Umgehungen Unterführungen auch auch ganz kritische Unterführungen oder Parkplätze die nicht beleuchtet sind oder sowas so so wenn wenn man das sogar schon weiß dann ist doch also sogar am helligsten Tag I know I know die eine aus der Klasse aus der Klasse meiner Schwester damals in der Abiturzeit wurde von jemandem aus meiner aus meiner Konformationsgruppe auf der helligsten Straße ich habe ich habe nach als ich hier in die Stadt gezogen bin habe ich da nämlich gewohnt auf der Ecke in einer Gasse auf einem an einem Platz an einem wirklich einem gut begehbaren Platz der wirklich voller Menschen war um 12 Uhr mittags am helligsten Tag und geschrien und alles und keiner hat was gemacht keiner hat was gesehen solche Dinge passieren weil wir ein systemisches Problem mit sowas haben wenn Täter nicht das Gefühl hätten sie würden damit durchkommen dann würden sie es nicht machen und an jedem Punkt in unserer Gesellschaft gibt es einfach Hürden die Täter suggerieren dass sie damit durchkommen und ein Thomas macht damit Plattform mit diesem Opfer bei ist und mit dem ja es wird immer Täter geben und dann passt da mal lieber auf wenn du zu gewissen Orten gehst und sowas im Club muss man ja lowkey mit der Argumentation musst du nämlich irgendwo damit rechnen dass das passiert was bedeutet das wenn du als Täter im Club was tust dann hat sich das Opfer ja irgendwo drauf eingelassen weil sonst wenn sie das nicht wollen würde dann wäre sie ja nicht im Club gewesen so und dann mit der Rhetorik ja aber was hat sie dann ja aber wenn sie das nicht wollen würde sie will ja also guck wer blablabla so mit dieser Rhetorik ermöglicht man dieses systemische Problem mit diesem Gedankengut Junge es ist nicht so kompliziert es ist wirklich nicht so kompliziert ich verstehe nicht warum der das nicht blickt das sind Therapeuten und du bist kein Therapeut ist dann halt schon blöd wenn Traumatherapeuten die aber die erblendet eine ein also was mir vorhin geschrieben wurde war dass diese Dame keine Traumatherapeutin ist sondern eine Heilpraktikerin in erster Linie und wenn Traumatherapeutin theoretisch auch kein geschützter Begriff ist kann sich jeder so nennen ja also weiß ich nicht also dann kann sich ja T-Tech auch so nennen und am Ende des Tages muss man es dann glauben oder wie also weiß ich jetzt nicht Junge danke für die ganzen Subs by the way ganz viel Liebe Leute nochmal weil es so lustig war Traiment sagt du oder auch Betroffene sind nicht die Experten in dem Bereich die Leute die Ahnung davon haben sind Therapeuten und du bist kein Therapeut weil Thomas nicht versteht was so nennen wir sind Traumatherapeuten sagen an der Stelle ist das wichtig zu differenzieren da es im hier und jetzt in unserem erwachsenen Dasein immer so ist dass wir die allermeiste Verantwortung für uns selbst und unser Leben tragen wichtig ist in diesem Kontext auch noch einmal Verantwortung und Schuld zu differenzieren denn derjenige der Victim-Blaming betreibt bist in dem Falle du Verantwortung und Schuld gleich zu sind das ist so ein Reach das ist so ein Reach man yo ist sie auch wenn sie auf ihrer Seite den Über-Nicht-Part-Lease will ich weglaufen ja ist es toll das ist eine Heilpraktikerin eine Heilpraktikerin die im Rahmen ihrer heilpraktischen Tätigkeit Traumatherapie angeboten hat wobei Traumatherapie in dem Fall kein geschützter Begriff ist Therapeut im Allgemeinen deswegen kann sich ja auch ein Steffen Oswald Sextherapeut nennen weil sich jeder Hinz- und Kunsttherapeut nennen kann das ist kein geschützter Begriff nur weil sie sich Traumatherapeutin nennt ist sie immer noch nicht Expertin auf dem Gebiet weil sie keine wissenschaftliche fundierte Ausbildung oder in irgendeiner Weise Erfahrungswerte dort aufweisen kann auch die Lehrgänge die sie gemacht hat bei dieser Frau Huber die an satanistische Panik und sowas glaubt dass Satanisten versuchen unsere Gesellschaft zu unterwandern das ist alles nicht wissenschaftlich alles nicht wissenschaftlich und er nimmt ihre Aussage als Konsens für Experten in Traumatherapie oder ich kann ich kann das nicht mehr ich kann das alles nicht mehr also als nächstes als nächstes frage ich meinen Fleischer ich hab keinen wie morgen das Wetter wird wahrscheinlich ist der sogar noch in der Thematik näher dran als ein Thomas ist victim blaming denn das ist literally das was ich damals in meinem Video gemacht habe und dafür wurde ich hart kritisiert ich setzte Verantwortung und Schuld gleich und wurde dafür zu Recht hart kritisiert es ist mir ein Rätsel wie die gleichen Kritiker was und wenn eure Ausrede ist dass der Unterschied ja sei die Kritiker würden aber nicht von Verantwortung sprechen dann macht das alles ja nur noch schlimmer aus eben genannten Gründen da sollte man sich vielleicht fragen wenn niemand etwas merkt und nur man selber vielleicht ist man die einzige Person die auf dem Holzweg ist aber Thomas ist diese eine Person diese eine Person der Geisterfahrer der auch einfach nicht einsieht dass er die falsche Richtung fährt da hast du am Rand da hast du am Rand noch so zwei weitere die einfach nur einfach nur weil sie falls sie den Unterschied den frischen Wind oder das Chaos feiern ihn anfeuern und ihm noch noch recht geben und er denkt sich ja guck mal die sehen dass ich recht habe die mitspringen muss ich muss ich wirklich im Recht sein und weiter machen entschuldigt könnt ihr das auch abschließend möchte ich noch was zu der ja also victim blaming haben wir ja hat meiner Mutter Mitte 60 die Videos von Titek gezeigt ich darf jetzt nicht wiedergeben was sie gesagt hat da es dann beleidigend ist aber sie hält ihn nicht für sehr schlau Real Talk meine Mutter geht ihnen auf die Ende 60 zu ich hab an Ostern na als sein Verteidigungsstream ja auch kam hab ich ganz grob auch mit ihr gesprochen meine Schwester war auch am Start so ich weiß gar nicht ob es noch im Chat ist so ähm und unsere Mutter war auch so ist nicht so klug oder was ist denn mit dem also es ist eine ganz andere Generation so ist überhaupt nicht Teil dieses feministischen Kampfs und so gar nicht so aber sie direkt was ist denn mit dem also hat der keine Freunde die würden ihm doch raten das dann nicht hochzuladen so und ich guck sie an glaub nicht ey glaub nicht also sie hat sich nämlich mein Video angeguckt so das ich ja damals gemacht hab wo Carina Push auch noch mit dabei war und sie war auch so ja aber normalerweise aber normalerweise würden einem doch Freunde und Familie abraten sowas hochzuladen oder nicht man frag doch mal nach oder sowas also 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 ich wüsste jetzt nicht wo wir Victim Blaming begangen haben oder betrieben haben und das ein Jahr lang irgendwie verteidigt haben mit komischen Aussagen sein ich erinnere mich nur an seinen letzten Stream wo er die ganze Zeit beleidigt hat und dann plötzlich auch vom Thema abkam und irgendwas von deutschem Blut geschwafelt hat also irgendwann irgendwann ist dann auch mal der Zug abgefahren sag ich wie es ist ja ja also es ist keine Ahnung man also bei Titek ich meine es ist ja gut wenn er das einsieht dass er da einen Fehler gemacht hat und er mittlerweile einsieht dass es Victim Blaming war was er betrieben hat aber er hat auch in seinem Video zuvor also sagt er zwar ja hier es tut mir leid aber dann argumentiert er wieder so als würde er trotzdem wieder eine gewisse Teilschuld den Leuten geben ich check das nicht nur Donation vom Thomas Quellen wir sind extra nochmal zurückgekommen um klar zu stellen dass wir Thomas völlig ehal sind und deswegen hier ein Obolus für den bösen bösen Koordinator Kappa 5 5 von Thomas Quellen vielen vielen Dank für die 5 Thomas Quellen sind extra nochmal zurückgekommen die sind extra nochmal zurückgekommen um sich von Thomas zu distanzieren meine seriöse Quellen vielen vielen Dank für die 5 oh ich kann nicht mehr oh das ist zu gut die Logik von Titek bis jetzt nicht ist mir nicht ganz erklärlich und Morpheus Dankeschön wie er auch einfach wirklich komplett wegignoriert was an seinem Beispiel mit dem Club und der Talking Point das Problem das Problem ist er regt das komplett weg er regt das komplett weg dass er einen Raum schafft wo Täter sich sich wohlfühlen Täter sein zu können weil Opfer ja damit rechnen müssten dass wenn sie in diesen Räumen sind dass sie dass ihnen etwas zustößt und das in solchen Räumen sein automatisch dann als Konsent gelesen werden könnte aus den Augen von solchen Tätern beziehungsweise als Möglichkeit der Gaslighting oder halt Verantwortung beziehungsweise Konsequenz Losigkeit einer Situation wahrgenommen werden könnte weil ja aber in dem Club muss ich irgendwo damit rechnen dass das passiert klingt halt schon so wie wärst du mal nicht in den Club gegangen dann musst du ja einfach auch damit rechnen dass das passiert was halt aus der Perspektive einer Person die gerne mal hier und da so vielen Dank Leute für die 5 Monate Support so um den Support weiterzuführen hier noch mal Prime Star Ehre an der Stelle vielen vielen Dank das ist halt einfach einfach argumentiert in dem Fall mit Territorik für Täter und das private Umfeld ist will der Kerl damit sagen dass sexuelle Straftaten im privaten Umfeld sonst in Ordnung gehen weil sie ja keine Fremden sind nee er will damit sagen dass man sich dagegen ja nicht schützen kann weil man damit ja nicht davon sich nicht rechnen damit ja nicht rechnen kann aber in Clubs muss man ja damit rechnen weil nur Triebtäter im Club sind aber er will natürlich auch nicht er ist natürlich auch ein Not All Man Schreier und dass das ja Sexismus ist von allen Männern auszugehen er hat so ein Knoten im Hirn mit der Argumentation so ein groß Knoten ein Safe Space das ekelhafte Freunde oder Verwandte ausnutzen sie nutzen das Vertrauen einer Person aus um ekelhafte Dinge zu tun ein Club ist kein Safe Space dort nutzen ekelhafte Fremde die Gegebenheiten des Clubs aus um ekelhafte Dinge zu tun um es nochmal deutlich zu erklären ich finde seine seine Definition von Safe Space ist so wild es ist per se kein Safe Space wenn du da irgendwas ausnutzen kannst um sich entgegen des Spirits eines Safe Space zu verhalten dann ist es kein Safe Space wenn du da also das ist das Gegenteil von dem Selbst- und Angstraum das ist das Gegenteil von dem Safe Space wenn die Argumentation ist man kennt sich man ist verwandt und deswegen kann man das Vertrauen die Nähe ausnutzen um sich zu vergehen so dann ist das halt doch kein Safe Space Alter da wird doch keiner auf die Idee kommen das Familie oder privates Umfeld als Safe Space wahrzunehmen ah war nur der Onkel Thomas kein Quill also hä das ist so merkwürdig damit keine Missverständnisse entstehen eines ist kein Safe Space wo fremde Leute Macht über dein Wohlergehen oder deine Sicherheit haben können diese Leute sind dazu oft alkoholisiert das andere ist ein Safe Space wo Freunde oder Familie Macht über dein Wohlergehen oder deine Sicherheit haben können es geht hier also darum dass man niemanden also er labelt einfach nur er labelt einfach nur privates Umfeld als Safe Space aber das Problem ist das gleiche es ist so lost es ist so lost einer Gefahr warnen kann mit der niemand rechnen kann im Club kann man aber und damit betreibt er wieder victim blaming also also ich kann es auch nicht mehr hören und damit betreibt er wieder victim blaming im Club kann man damit rechnen und weil du nicht damit gerechnet hast und es passiert ist hast du ja also wie geht das wie geht das und ich kann es auch nicht mehr sagen so mit der Zeit Toko danke dir ich kann es auch nicht mehr sagen wie oft will man ihm noch erklären was eine Aftershow Party ist also wenn es danach geht mit dieser Eigenverantwortung dürfte eine Frau gar nicht mehr rausgehen ja weil theoretisch kann an jeder Ecke irgendein komischer Typ lauern und irgendwas machen oder belästigen und so weiter und im Club ich weiß nicht wie da die Rate ist also mir wurde mal gesagt dass es gar nicht so hoch ist die Rate der Belästigung heißt das wenn ich morgen in den Club gehe bin ich ein Täter anscheinend ich kenne mich dann hier so aus ich gehe nicht so auf den Clubs also als ich in Clubs war als ich in Clubs war habe ich das nicht ganz so oft erlebt dass dort explizit dort viele Übergriffe passierten eher als Ausgleich guckt er dann nippelreibend für Minst geht's auch nicht Videos aus 2 0 1 6 1 aber sowas von vielen Dank für die 1 aber sowas von genau das nämlich er ist 100% und wäre er jetzt nicht komplett in der Kritik die ganze Zeit dann hätte er 100% zu diesem trendenden Video gemacht 100% New Donation from Leone unterstrich 0845 eine Freundin von mir hatte mal ihren selbstbezeichneten schwulen besten Freund zum Filmeschauen eingeladen irgendwann wurde sie ohne Oberteil wach mit seinen Fingern in ihr drinnen so viel also zum Safe Space 1 ist das ekelhaft ist das ekelhaft manche Leute faken sogar ihre Sexualität nur um ahnma ahnma da sind da sind das ist halt auf so vielen Ebenen widerlich ne auf so vielen Ebenen da sind doch tatsächlich vielen Dank für die Einzelgruppe Leute früher auf die Straße gegangen vermehrt Queere und auch Menschen mit Migrationshintergrund weil die haben am meisten unter diesen damaligen Situationen zu leiden gehabt so auf die Straße gegangen um für ihre Sexualität und ihre Identität und Anerkennung in der Gesellschaft zu kämpfen und nachdem diese Anerkennung sukzessive erteilt wurde immer noch mit Stigma gibt es wirklich Leute die dieses in Anführungsstrichen Stigma die Identität sich haltet nicht aber die Sexualität dann nehmen instrumentalisieren um gern Frauen zu vergehen das ist so kaputt ich bin umfalls sicher das ist maximal widerlich ja allein allein weil es solche Dudes gibt die die Homosexualität vortäuschen nur um falsche Sicherheit zu suggerieren so verstehe ich warum Frauen sagen ich gehe lieber mit dem Bär in den Wald als mit einem Mann im schlimmsten Fall stirbst du gewaltsam durch einen Bär einmal so im schlimmsten Fall und du siehst den Bären und du weißt dass er gefährlich ist und wenn du laut schreist rennt er meist weg und Russen chillen und Russen chillen sogar mit Bären die haben Videos gesehen und Bären trinken nicht und Bären trinken nicht Aftershow-Party ist immer noch nicht ein Club eine Aftershow-Party hat nichts mit einem Club an sich zu tun selbst der Bär das heißt also zum Beispiel pass auf der Bär denkt sich warum wollen so viele Menschen zu mir in den Wald lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe nur wegen Thomas nur wegen Thomas sind wir überhaupt im Gespräch die Bären wollen auch einfach nur ihre Ruhe ich erkläre ganz kurz falls Tidek das sieht bitte 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 hört doch endlich mal zu was was die scheiß Aftershow-Party ist als wir beispielsweise letztes Jahr in Chemnitz waren da war ein Influencer-Basketball-Turnier so im Anschluss nach diesem Turnier gab es eine Aftershow-Party diese Aftershow-Party war nicht für alle zugänglich diese Aftershow-Party war nur für YouTuber halt Influencer zugänglich die mit eingeladen wurden so und dementsprechend trifft man sich dann als Influencer zusammen spricht einfach so darüber natürlich kann man auch was trinken aber es geht nicht nur primär ums Trinken sondern einfach auch so Spaß haben sich mal miteinander connecten mal austauschen und das ist eine fucking Aftershow-Party eine Aftershow-Party ist nicht ey wir gehen jetzt auf den Dance-Floor dann saufen wir uns die ganze Zeit einen rein und versuchen Leute anzutatschen ey er checkt das immer noch nicht und das finde ich sehr sehr das ist aber ein Club laut Thomas das ist das ist der Eindruck den Thomas von dem Club hat du gehst du saust dir einen rein gehst auf den Dance-Floor und versuchst dann Leute anzutatschen und Frauen die saufen sich auch einen rein gehen auf den Dance-Floor und bieten sich an zum angetauscht werden das ist die das Kalkül das Bild was ein Thomas von Clubs hat was machte der Bär auch eine Ansage gegen Thomas das wäre so funny man bräuchte echt so ein Bärenkostüm man bräuchte echt ein Bärenkostüm so ein Video im Wald von so einem Bär das wäre so witzig der Sketch wäre so ey wäre ich so ein Sketch-Youtuber würde so ein Sketch wie sie oder sowas machen ich würde mir direkt einen Kollegen schnappen so in den Wald fahren mit einem Kostüm und so ein Sketch machen ohne Witz so geil wäre das es wäre so witzig jetzt weiß ich warum ich Clubs meine ja das ist schlimm diese diese systematische Krabblerei so das ne da bin ich auch raus sehr heftig weil es wurde ihm schon so oft gesagt das macht mich traurig das macht mich traurig ich hätte mir das richtig wütend ich hätte mir das richtig wütend so kennt man ihn gar nicht ey Dingoletta Dankeschön vielen Dank für den Zorn viel eher damit rechnen weshalb es Sinn macht auch diesen als Beispiel zu nutzen nicht unbedingt weil es da häufiger vorkommt sondern weil das eine Gefahr ist die man in etwa abschätzen kann noch dazu sind Studien wie diese ja auch kein Geheimnis 50% von 2000 Teilnehmern waren schon einmal von sexueller Belästigung betroffen zeigt eine Studie der Vienna Club Commission also nur weil Übergriffe im privaten Umfeld vielleicht häufiger passieren heißt es nicht dass Clubs deshalb ungefährlich sind denn nach ihm müssen Frauen ja damit rechnen in Clubs belästigt zu werden wenn sie feiern gehen müssen sie es eher erwarten wenn sie im Club feiern gehen leider ja die Wahrheit ist leider Belästigung und noch viel Schlimmeres kommt am häufigsten außerhalb des Clubs vor dass ein Thomas hier vehement über die Verantwortung und die Laivität das ist lustig dass er das einblendet und da Thomas genannt wird und die klugen oder unklugen Entscheidungen von Frauen im Kontext von Feiern gehen sprechen möchte ist eine unglaublich unnötige und peinliche Strommann-Argumentation denn das ist nicht das Problem meine Warnung vor Clubs also damit zu kontern dass woanders viel öfter was passiert ist absolut ich glaube ich schrei es ist komisch bei dem Thomas Phänomen kriegen alle die daran beteiligt sind Klicks außer der Verursacher das ist sehr gut das ist sehr gut vielleicht nimmt er sich da mal ein ein oder zwei Beispiele dran entweder reagiert er auf sich selbst und roastert sich durch oder er hört einfach auf vielleicht hört er einfach auf so weil allein das sollte ihm doch vor Augen halten niemand will seinen Content niemand will seine Meinungen alle wollen nur hören dass man ihm widerspricht was wichtig und richtig ist dass die Mehrheit der Meinungsblogger Szene dort einen Konsens hat dass das was ein Thomas von sich gibt unglaublich lost und problematisch ist das ist sehr gut das zeigt mir dass unsere Gesellschaft ein Stück weit funktioniert dämlich das ist als würde jemand sagen ich habe Angst in einer dunklen Gasse beklaut zu werden und jemand anderes würde sagen aber statistisch gesehen werden in Urlauben viel öfter Leute beklaut also ist deine Angst vor dunklen Gassen eine unglaublich unnötige und peinliche Strohmann-Argumentation nochmal meine Warnung vor Clubs damit zu kontern dass woanders viel öfter was passiert ist die tatsächliche Strohmann-Argumentation ja genau naja also T-Tag hat es ja so dargestellt dass man ja gerade im Club aufpassen soll und da Eigenverantwortung dann praktisch haben soll zuvor bevor man da hingeht sollte man wissen okay das kann passieren währenddessen aber laut einer Studie so wie es so wie es Trayman gesagt hat zu Hause das am häufigsten passiert ja wo man es eher eigentlich nicht erwarten würde und äh und um den Punkt ging es doch dass also dass T-Tag nicht denkt dass das zu Hause Philipp unterstrich 2004 cheeredx100 YouTuber wollen eines Tages die eine Millionen Abos erreichen Thomas wird die Null erreichen Träume werden wahr oder er ist echt der einzige YouTuber der mit jedem Upload Follower verliert also wirklich mit jedem Upload das ist so wild und jedes Video das er uploadet ist schlechter von der Qualität her von der Quellenleistung von der Quellenarbeit von der Beweisführung jedes Video und von der Schnittfähigkeit von der Schnittqualität auch allein diese diese Stellen die von bei Bill Smith und diese Einblendung wo er einfach nur einen schwarzen Bildschirm eingeblendet hat und sich einfach gar keine Mühe mehr gemacht hat am Ende also der der wird einfach von Video zu Video schlechter während andere Creator immer besser werden so wird der einfach immer schlechter Quellen ja das ist eigentlich schon die Beleidigung an sich das Wort Quellen in dem Kontext in den Mund zu nehmen und ja ursprünglich ging es um Rammstein und die Machtgefälle und daraus hat er eine Debatte gemacht an welche Orte sicher und weniger sicher sind und das Witzige ist ich bezweifle sehr sehr stark dass er mein Video überhaupt gesehen hat denn als er darauf reagiert hat hat er die Reaction abgebrochen und hat sehr 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 doll unterstrichen dass er sich das nicht geben kann und möchte weil er es als respektlos empfindet er hat nicht mal nicht mal über die erste über dieses Einleitungs erste Drittel hinweg geschafft so und ich glaube wirklich dass er bis zum Ende mein Video nicht gesehen hat und dass er nur das Video von von diesem Hugo gesehen hat und deren Argumente übernimmt und deren Clips aber ich meine die Reaction hat er sich sowieso nie angeguckt und auch nicht die Reactions von Rezo und sonst wem so der hat sich mit der Kritik an ihm überhaupt nicht auseinandergesetzt also wirklich gar nicht weil er halt weil er davon überzeugt ist dass er richtig im Recht ist Riu vielen vielen Dank für die 100 Bits ich war auch in einer dunklen Gasse lieber mit einem Bären als mit einem fremden Mann ja bei einem Bären weißt du halt was ich erwartet in dem Fall nix gut aber Sicherheit gibt's halt es gibt halt einem irgendwo auch Sicherheit so viel passiert sondern dass er halt im Club draußen das passiert und man deshalb da gewarnt sein sollte oder so weil anstatt darüber zu diskutieren wie gefährlich Clubs denn wirklich sind sagt man einfach dass das private Umfeld ja viel gefährlicher sei das hat niemand gesagt niemand hat gesagt dass man nicht darüber diskutieren sollte dass es in Clubs nicht auch nicht auch gefährlich ist die Argumentation war dass die gesamte Welt die gesamte Gesellschaft für Frauen gefährlich ist und es für Frauen unmöglich ist zu differenzieren welche Orte besonders gefährlich ist und wenn man das wenn man das tut also wirklich Studien Metastudien auswertet was zum Beispiel das Bundesministerium für Familie getan hat kommt man eindeutig zu dem Ergebnis dass gerade für jüngere Menschen für jüngere Menschen und für Frauen im Sinne von ähm ähm im Sinne der Erwachsenen Arbeitsplatz und soziales Umfeld und jüngere Menschen soziales Umfeld die Größe das die größte Gefahr birgt und er kommt dann mit ja aber im Club ist man ja auch ja genau wie auf der Arbeit in dem Bus in der im Uber Taxi im Schwimmbad auf dem Spielplatz überall da ist man alles rau und sicher und er fickt sich einen Ort raus und will halt sagen ja aber da muss man ja damit rechnen was halt bedeutet wenn du da bist und dir was passiert dann hättest du das ja auch wissen können dass das passiert was halt nicht der Fall ist was ändert es darin dass Clubs für Frauen trotzdem gefährlich sind was ändert es daran dass es ist immer noch geil dass er immer noch nicht weiß dass ein Club ungleich eine Aftershow Party ist ja das ist wirklich das ist bitter laut einer Studie jede zweite Frau schon mal Opfer von seiner Belastung wurde nichts Schäme du ignoranter Volltrottel du wirfst mir Stroman-Argumentationen vor während du selbst ein Paradebeispiel für Stromaner nutzt und du bist zu dumm um es selbst zu merken merkt ihr wie das zwei völlig verschiedene Situationen sind die Kontexte dieser Situation kann man also nicht miteinander vergleichen weshalb ich auch nur den Kontext angesprochen habe wo es darum geht sich vor Fremden zu ja das war der Grund wisst ihr noch als Daytag meinte er werde immer aus dem Kontext gerissen und dann selber alle Artikel aus dem Kontext gerissen hat Kappa kann es sein aber ich kann es jetzt nicht 100% danach oder wiedergeben ja aber es ist möglich die Gefahr die von Fremden ausgeht ist eher sehbarer als die die von Freunden und Verwandten ausgeht man kann sich nicht wirklich vor Personen schützen denen man vertraut weil sonst würde man denen ja nicht vertrauen man kann sich aber eher vor Personen schützen denen man nicht vertraut aka Fremde das ist leider ein klassischer Fall von man muss Statistiken nicht nur lesen sondern auch richtig interpretieren können um diese Statistik nämlich aussagekräftig zu machen ich finde das so witzig wie dieser 16-Jährige wie dieser 16-Jährige die Kompetenz in Bezug zu Statistiken vom Bundesministerium für Familie und Sozialen in Frage stellt weil er in der Auswertung der Statistik keinen Graphen sieht keine Zeitachse Bro das kommt jetzt nicht von dem Bildungsinstitut frisch aus der Feder das ist halt ich behaupte nicht mal dass ich eine Statistik habe ich berufe mich lediglich auf die Auswertung unserer Institution das ist so dumm das ist so dumm und er zitiert den einfach ohne überhaupt zu wissen wo es ist so dumm in dem Alter fühlt man sich generell extrem clever hat dann den Krüger mit 16, 17 war ich auch der klügste Mensch der Welt bis ich gecheckt habe dass ich noch gar nichts weiß weil die Welt so viel komplexer ist bräuchten wir meiner Meinung nach hier eine Zeitachse in Trainments Quelle steht hier nur etwas von Missbrauch findet größtenteils im nahen sozialen Umfeld statt was alleine für sich genommen keine besonders starke Aussage ist da die durchschnittliche Person ja auch deutlich mehr Zeit im nahen sozialen Umfeld verbringt als in Clubs wenn man diese Zeit man stellt sich einfach in dem Kontext vor hier wurden Statistiken angefertigt im Auftrag des Bundesministeriums in diesem aufwendigen Verfahren das über Jahre geht werden alle Quellen involviert und dann werden und dann werden die Häufigkeit der Fälle im Verhältnis genommen zu den der Häufigkeit der Möglichkeiten mit solchen solchen Orten in Verbindung gebracht zu werden das wird da gewichtet das ist Statistik ich habe nicht nur eine Quelle reingeworfen ich habe nicht nur eine das sind ja keine absoluten Zahlen die hier in den Raum gestellt werden wo gesagt wird also also im direkten sozialen Umfeld da sind 69.000 betroffen das sind keine absoluten Zahlen natürlich wenn ich wenn ich da eine absolute Zahl stehen hätte keine Ahnung 600.000 so dann wäre wahrscheinlich eine Zeitstrahl sehr sehr wichtig um nachzuvollziehen ob das viel oder wenig ist 600.000 was in 200 Jahren in 100 Jahren in 50 Jahren man weiß es nicht das ist lediglich die Auswertung von Metadaten von verschiedenen Metastudien Wieso ist das als nächstes unsere Ministerien haben eigene Abteile die nur mit Forschung beschäftigt sind die nur Daten aufarbeiten die dann auf die man dann politische Entscheidungen aufbauen könnte Populismus und Lobbyismus später noch mit rein aber diese Daten werden umfassend gesammelt und da sieht man nicht immer also es ist halt so dumm Alter ihm geht es darum dass du 12 Stunden zu Hause bist aber nur eine Stunde im Club ja das ist richtig das ist richtig das ist trotzdem ein dummes Argument weil es ja um die Häufigkeit der Fälle geht und da wird wer ist 12 Stunden zu Hause hä da werden doch solche Sachen berücksichtigt es geht ja nicht um absolute Zahlen es werden ja solche es werden ja solche Orte wie Arbeit Freizeitaktivitäten und solche Geschichten werden da ja rausgerechnet berücksichtigt natürlich die Argumentation trifft Erwerbstätige sowieso nicht nee es ging ja auch gar nicht die Statistik deckt das ja auch gar nicht ab hier geht es ja primär um um Jüngere das ist eine valide Kritik ich hätte mir die Mühe machen sollen um aufzuzeigen dass Frauen als erwachsene Frauen eine Statistik suchen sollen die speziell sich nur auf erwachsene Frauen befasst die Statistik ergibt die Statistik keinen Sinn das ist genauso wie wenn man sagen würde die durchschnittliche Person stirbt ja häufiger bei einem Autounfall als bei einem Fallschirmsprung ist es deswegen genauso gefährlich einen Fallschirmsprung zu machen wie einmal mit dem Auto zu fahren logischerweise nicht man muss das ja schon irgendwie in Relation setzen zu der Erstellung solcher Studien werden solche Relationen berechnet das hätte ich in Statistik damals aufgepasst während des Studiums dann würde ich das jetzt können und ich gehe davon aus dass das verdammte Bundesministerium da Statistiker hat die das tun bevor sie vor allem du hast überhaupt gar keine also oder das tut so weh es tut so weh ich meine wenn diese Argumentation könnte man ja führen wenn man einen einen belastbaren Beweis hat dass diese Arbeit an diesen Quellen die dort eingeflossen sind die dann veröffentlicht wurden vom Bundesministerium für Familie und Sozialem das wir sprechen das könnte dann könnte man diese Beweisführung könnte man dann anführen sodass da ja gar nicht diese Sachen ins Verhältnis genommen wurden der führt überhaupt gar nichts an in seinem Video sagt nur ja aber da fehlt ja ein Zeitstrahl das wird ja gar nichts ins Verhältnis genommen weil du es nicht siehst ist es nicht da das ist so dumm das ist so dumm ich verstehe auch die ich verstehe die 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 Arroganz da nicht dass er glaubt dass er Statistiken besser rechnen kann und begreifen kann und veröffentlicht kann als ein fucking Ministerium das ist deren scheiß Job und da gibt es auch strenge Richtlinien wir leben in Deutschland du kannst nicht einfach so irgendwas auf eine Webseite auf eine öffentliche Webseite klatschen um dass du da einen Job verlierst also ich denke what the fuck das wurde wahrscheinlich länger geprüft als er am Leben ist und eigentlich noch viel wichtiger wird in Tremens Quelle hier wieder explizit von Minderjährigen gesprochen obwohl Titek bereits gesagt hatte dass er diese mit seiner Aussage nicht mitmeinte kommen wir damit zu dem und auch das ist ein dummes Argument wenn wir berücksichtigen dass gerade bei der Macht Machtgefälle in der Rammstein Thematik worum es ja eigentlich ging auch Fälle waren bei Row Zero wo Minderjährige betroffen sein sollten und dass dieses Machtgefälle das wir ja allgemein besprechen wollten nicht nur bei Erwachsenen endet und dass ein Thomas hier explizit von Clubs gesprochen hat in Clubs was ja auch immer noch ein Shit-Take war in Clubs können auch Minderjährige sein mit Einvernehmlichkeit ihrer Eltern oder wenn sie sich durchwieseln wie das so gut wie jeder schon mal gemacht hat heißt auch dann auch dann ist das immer noch dumm Ben Shapiro Drama das wird nicht allzu lange dauern wenn eure Kritik sich daran gerichtet hat was Ben Shapiro in dem Clip gesagt hat okay wenn ihr dem widersprecht was Ben Shapiro in dem Clip gesagt hat fine wenn eure Kritik allerdings war dass ich an sich Ben Shapiro eingeblendet habe dann frage ich mich wirklich was euer Problem ist liegt Ben Shapiro immer richtig nein teile ich alle seine Ansichten und Aussagen nein gibt er manche Takes von sich die ich auch er hat sich einfach wirklich null mit der Kritik auseinandergesetzt also er hat sich halt wirklich nicht mit der Kritik auseinandergesetzt weil sonst wird er ja sonst wird er ja wissen dass alle alles drei zutraf auf die Kritik bezüglich Ben Shapiros alles drei dass Ben Shapiro die letzte Person ist die man in dem Kontext zitieren sollte man kann Ben Shapiro kritisieren man könnte Ben Shapiro zitieren um aufzuzeigen dass er ultra rechter white supremacist ist könnte man tun um das zu unterstellen und das nicht unterstellen unterstreichen könnte man tun in einem Kontext wo es um die Sache der Frau geht um die Selbstbestimmung der Frau um die bodily autonomy der Frau geht um die um die Menschenwürde in Anführungsstrichen eine Person zu nehmen die regelmäßig entgegen der Sache der Frau argumentiert kein Interesse an der Sache der Frau hat ist nicht klug ist nicht ist nicht sinnhaft also überhaupt nicht eine Person problematisch finde zum Beispiel das mit der Abtreibung ja aber was hat das damit zu tun was er in dem Clip gesagt hat den ich eingeblendet habe New Donation vom Lord Escape er kann die Situation nicht nachvollziehen er wird selbst beim Durchwiesen rausgefischt Kappa 1 das liegt da wahrscheinlich echt da dran ja ja und Thomas versteht halt wirklich nicht dass Zitate nicht im Vakuum passieren was ja auch meine Kritik war auch hier verdreht er wieder die Faktenlage ich hab doch explizit gesagt dass Ideologien dass Personen und deren Ideologien nicht im Vakuum passieren und dass man hinterfragen muss wessen Argumentation man sich bemächtigt und wessen Ideologie dahinter steckt und dass man gerade bei dem Ben Shapiro da nicht einfach so ja aber gut ich seh das zwar nicht so aber das und das Argument finde ich halt gut deswegen kann ich das nehmen der sagt die Dinge die er sagt wegen seiner Ideologie die du verbreitest ohne das einzuordnen was es damit zu tun hat dass du jemandem eine positive Bühne gibst und zitierst der einfach super problematisch ist indem man vielleicht nicht eine positive Bühne geben soll das ist genauso wie die Aussage von Titek als er meinte ja wenn Hitler ja was richtig sagt dann würde er dort auch draus zitieren oder von Hitler zitieren so dem gibt man nichts positiv also das ist einfach also das sollte man wissen dass man einfach das nicht machen sollte weil man jemand damit eine gewisse Bühne gibt eine zu positive Bühne gibt die die Person nicht verdient hat diesen Ben Shapiro kannte ich davon nicht ja keine Ahnung mich juckt dieser Typ da auch nicht aber als ich dann gehört habe dass er auch dass er auch einfach Adolf Hitler zitieren würde wenn er ja was richtiges sagt da fehlt es mir halt einfach dann zitier doch nicht sondern sag es einfach selber es gibt erstmal er kann es auch einfach selber sagen er könnte es auch einfach selber sagen hat er nicht eingesehen er könnte jemand anderen schmutzigen nehmen der dasselbe sagt hat er auch nicht eingesehen er musste Ben Shapiro zitieren und versteht nicht warum das eine dumme Idee ist versteht er nicht aber zitier es einfach nicht ne du musst nicht sagen ey übrigens hier Zitat Adolf Hitler das und das hat er gesagt oder blendet ein Video ein oder so das ist einfach das macht man nicht also es hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun und die Geschichte von Deutschland war jetzt nicht unbedingt gerade sehr positiv ja ganz im Gegenteil wahrscheinlich das negativste Ereignis was überhaupt passiert ist und von diesen Menschen der das losgetreten hat den sollte man wahrscheinlich nicht diese jetzt redet den Alpha Kevin da unsere Geschichte das war die rosigste auf dieser Welt wir haben zwischen 1939 und 1945 da waren wir im Urlaub da ist gar nichts passiert gar nichts ist mal passiert aber danach danach haben wir einfach eine schöne Zeit gehabt bis heute so nämlich wir haben hier im Urlaub da ist überhaupt nichts passiert das hier was redet dieser Mensch positive Bühne noch geben ein neuflund potenziell oder der Typ hat im Prinzip durch seine Aktion nur 67 Millionen Menschen auf dem Gewissen und das geht halt einfach gar nicht aber ich glaube dass das T-Tech Blende das so ein bisschen aus keine Ahnung ich weiß nicht warum wenn ich denkt ja okay ja steht halt in Büchern drin und so weil man kann sich dieses Leid halt nicht vorstellen aber wenn man sich mal damit vielleicht ein bisschen beschäftigt hat dann ergibt es einen Sinn den Typen einfach nicht zu zitieren und bei Ben Shapiro keine Ahnung ja was der alles sonst so für Scheiße gemacht hat aber da ist es doch ähnlich so von der Denkweise her dass man gewissen Leuten vielleicht dann nicht diese positive Aufmerksamkeit schenkt weil ich eine Aussage von ihm gut finde und die einblende heißt es nicht dass ich alle seine Aussagen gut und richtig finde ich übernehme nur die Verantwortung für das was er in dem Clip gesagt hat den ich eingeblendet habe und nicht für das was er sonst noch ey Helena falls Helena ähm gute Besserung dir ja ganz ganz viel Liebe an dich haben es gerade gelesen also gibt er zu dass er victim blamend er übernimmt nur die Verantwortung für die für das Zitat also gibt er zu dass er victim blamend weil das Zitat war victim blaming mittels Sandwich Methode in subtil und Thomas hat's halt nicht gerallt beziehungsweise er hat's gerallt und ist einfach so wiedergegeben so dass man halt auch einfach offensichtlich checkt dass es victim blaming ist das ist wieder ein gutes Beispiel dafür dass man wirklich versucht alles gegen mich zu verwenden es ist weder ein Argument zu sagen oh Ben Shapiro hat aber schon mal was blödes in seinem Leben gesagt deswegen ist jetzt alles blöd was er sagt noch ist es ein Argument zu sagen das war der Kritikpunkt von mir Ben Shapiro hat mal was blödes gesagt Ben Shapiro hat aber schon mal in Bezug zu Frauen was blödes gesagt deswegen ist alles was er in Bezug zu Frauen sagt blöd gerade weil Ben Shapiro dafür bekannt ist Frauenrechte zu beschneiden und Frauen die aufgrund einer Schwanger geworden sind und diese Schwangerschaft beenden wollen als Babymörder bezeichnen das finde ich auch nicht richtig aber was hat das bitte mit dem anderen Thema zu tun über das ich gesprochen habe versteht er nicht was das miteinander zu tun hat versteht er nicht was die Rhetorik die er reproduziert hat dass die Rhetorik die er reproduziert hat die Basis ist auf der die Ideologie von Ben Shapiro versteht er echt nicht was das verbunden ist versteht er wirklich nicht also anstatt dagegen zu argumentieren was Ben Shapiro in meinem Clip gesagt hat benutzt man Whataboutism und Ad hominem um ihn allgemein schlecht zu machen und deswegen hat er dann auch in dem Clip was ich eingeblendet habe Unrecht ist das eigentlich ja das einzige was man dann halt das Ding ist die Clips die er von mir einblendet ne hat er aus Hugo aus Hugos Video die Kduper Twins Grüße Grüße statt einfach zu sagen okay das Zitat war echt reformiert nö Titek generell der macht nichts falsch Thomas macht nichts falsch Thomas macht nie was falsch der war alles richtig der Jungs die ganzen Clips die er von mir einblendet kommen alle von Hugo der hat sich mein Video nicht angeguckt der hat lediglich das Video von Hugo angeguckt und dachte sich ah verwende ich die Clips einfach und springe auf die Argumente die ein Hugo schon gebracht hat die auch schlecht waren also muss ich auch an der Stelle also ich stimme ihm zu einem minimalen Teil zu beziehungsweise kann seine kann seine äh Gedanken dazu verstehen aber er braucht sich halt nicht wundern dass wenn er Leute da zitiert oder auch Recht dort in dem Moment gibt und äh und ins Video mit einblendet und dann weitere komische Takes bringt dass man ihn so ein bisschen in Verbindung mit dem und den komischen Typen bringt und will das ein T-Tech ja offensichtlich schon weil sonst würde er das halt nicht äh so zitieren oder nicht mit ins Video einblenden das das check ich halt einfach nicht also warum er das einfach macht das gibt jedes Mal Angriffsfläche gegen ihn nicht keinem aufgefallen außer mir was hat denn seine Haltung zur Abtreibung damit zu tun was er in meinem Clip gesagt hat nichts was seine Haltung zur Abtreibung gesagt hat was seine Haltung zur Abtreibung mit seiner Haltung zu Victim Blaming zu tun hat naja er begründet seine Haltung zur Abtreibung unter anderem damit dass Frauen ja schuld daran sind wenn sie schwanger werden wenn sie von Tätern misshandelt werden und wenn sie dann eine Abtreibung wollen dann beschimpft er sie als Babymörder und setzt den Mord dann des des Embryos mit äh Kindsmord gleich weil er durch seine Ideologie die Thomas hier reproduziert weil er sich mit den Menschen im Kern nicht auseinandergesetzt hat oder es ihm einfach egal ist rechtfertigt dass Frauen zu jedem Zeitpunkt für das verantwortlich sind was ihnen mit ihrem Körper durch die Taten von Männern verantwortlich sind das ist halt ein Victim Blamer der Kerl und dass das nicht trennbar ist sollte eigentlich klar sein setz dich doch mit den Aussagen in dem Clip auseinander Trayment dann würde ich dich auch ernst nehmen ich habe mich mit den Aussagen in dem Clip auseinandergesetzt wir haben das Video von Rezo gesehen diese Reaction von Rezo und Rezo hat glaube ich den Inhalt von dem komplett auseinandergenommen bei Tray weiß ich es jetzt nicht aber aber Rezo hat das glaube ich auch auseinandergenommen habe ich deswegen keine Ahnung was das hat Tray gemacht okay ja dann dann ist es umso loster nein man übernimmt nicht die komplette Weltansicht von einer Person zu einem Thema nur weil man eine Aussage zu dem Thema von der Person in Ordnung findet was noch ach ja der Satz mit Hitler es hätte von mir aus doch Hitler sein können der das sagt jetzt bin ich gespannt wenn er genau das passende und meiner Meinung nach richtige gesagt hat dann zitiere ich ihn es ist doch scheißegal wer es gesagt hat das war halt offensichtlich eine Übertreibung es ging darum dass es egal ist wer das richtige gesagt hat die Aussage kann nämlich für sich stehen mir ging es ja aber dann denkst du halt sehr dann denkst du wirklich nicht weit ne das ist wirklich also wirklich also wenn du von der Tapete bis zur Wand in der Argumentation dieser also wenn du denkst dass das die richtige Art ist zu kommunizieren dann brauchst du dich nicht wundern dass es Leute gibt die aggressiver Rabe cheert x100 offensichtlich kappa offensichtlich kappa verdammt ertraut vielen Dank für die 100 Biss sehr abgefuckt sind auf einen also es ist keine Ahnung also selbst wenn das jetzt eine Übertreibung sein sollte New Donation vom Lord es gibt diese Lache wenn er den Namen sagt ist auch einfach wert ja weiß ich nicht muss das 1 ne muss nicht muss nicht ich stell einmal schnell danke für die 1 ich stell einmal schnell Pesto zurück ins in den Kühlschrank ja darüber sprechen dass ich gerade einfach eine gesamte ganze Pizza plus einen Teller Nudeln gegessen habe und einen Cookie crazy nicht wirklich wie eine Übertreibung sondern als würde er das halt wirklich so machen ähm die 3 Stunden wirklich also er braucht sich halt nicht wundern dass es dass es dann Hate gibt oder Leute dann sagen ey Junge bist du eigentlich noch ganz bald raus es ist beim Einblenden des Clips nicht darum schaut mal sogar Ben Shapiro sieht das so wie ich es ging mir rein um die Aussagen die getroffen wurden gut formuliert einfache Rhetorik als ich also Populismus halt für seine ultrarechte Ideologie sagte ich hätte auch Hitler zitiert war das was ist dein Kalorienverbrauch täglich ja so 4-5 so in dem Richtung ich habe so einen Netto-Kalorienbedarf von ungefähr 4000 am Tag ganz übel ein rhetorisches Stilmittel um zu zeigen dass es nicht um Ben Shapiro an sich ging dass man das also wirklich wörtlich nimmt ist halt absolut ja aber das klang jetzt aber auch dass man das wirklich dass man das wirklich wörtlich nimmt ähm ich habe jetzt keine Einspieler von Deutsch Deutschen Gäden Deutschen Blut und von dem Gefahr sind was sonst so rausgehauen hat in dem selben Stream so aber dass man das wirklich ernst nimmt sollte doch niemanden wundern bei dem Typen der von deutschem Blut spricht und von dem deutschen Wurzeln seiner Familie der muss so nicht über hyperbel googeln ja natürlich musste der das googeln seine Quellenführung seine Quellenführung ist halt ja aber dieser Unternehmenscoach der ist ja auch Experte für Trauma so natürlich glaubt man ihm das nicht natürlich ist das wenn er in dem Stream wo er von deutschem Blut und von bio-deutsch schwafelt so Hitler zitiert und sagt dass er Hitler zitieren würde die Werbung hat nicht dazu gezwungen Kapitalismus funktioniert einfach einwandfrei ein glorreicher Sieg für den Kapitalismus vielen Dank für den dritten Monat vielen Dank ein prominenter Gäste hier also es klang halt nicht wirklich nach einer krassen Übertreibung sondern als würde er halt wirklich je nach er sagt doch gerade auch selber Alarm Bravo wir lieben euch wir sind alles liebe Menschen wir haben Wir lieben uns alle Willkommen Raiders Grüß Piamster einen wunderschönen guten Abend vielen Dank für deinen Raid viel viel Dank Willkommen wir sind hier gerade immer noch in der Thomas Saga dritten Staffel zweite Folge ja zweite Folge müsste es sein das Aftermath seines neuen Videos wir haben sehr stark Willkommen vielen Dank für den Raid Staffel 3 muss unterstützt werden STAI O7 vielen Dank vielen Dank ach Thomas wieder ja Thomas wieder vielen Dank für Support das Auto Thomas finanziert meinen Neuwagen ich sage ich das oder die Miete für sich stehen für sich stehen kann unabhängig der Person also könnte ja laut ihm auch eine Aussage von Hitler dann auch für ihn das Richtige sein und er zitiert das dann auch weil steht ja unabhängig von der Person Alarm Alarm einfach ein offline Raid vielen Dank an die Clou ein offline Raid mit acht stabilen vielen Dank auch die offline auch auch die lurkenden offline schiller die nehme ich auch alle willkommen vielen Dank vielen Dank das Ding ist doch das Ding ist doch bei dem Hitler oder bei Ben Shapiro zitieren ist nicht nur dass er die Worte dieser Menschen nimmt bei Hitler hat er noch nicht gemacht so aber bei einem Ben Shapiro und er will dass man ihn mit diesem Namen in Verbindung setzt er will effektiv die Expertise das Know-how oder das Charisma dieser Menschen reproduzieren um sich damit zu assoziieren um seinen eigenen Argumenten mehr Schlagkraft zu verwenden bei einem Ben Shapiro wenn du einen ultra rechten Loki oder eigentlich ist Nike Frauenfeindlich der ist schon ziemlich frauenfeindlich wenn du den auf die Bühne stellst damit er für dich argumentiert dann sagt das sehr viel über dich aus und dasselbe ist mit Hitler offensichtlich aber jetzt sagt er doch wieder nee es war ja eine Übertreibung was jetzt kann jetzt die Aussage für sich stehen oder kann die Aussage nicht für sich stehen also damit widerspricht er sich ja eigentlich in dem Moment absolut lost das dümmste ist ich glaube ihr wisst sogar was ich meine versteht es aber mit Absicht falsch das ist halt feige das ist halt feige Ben Shapiro könnte halt Realtalk für sich stehen so weil man muss ja nicht alles gut finden ne von der Person aber bei Hitler dann würde er das nicht machen so ah ok also gibt es dann doch Grenzen wie kommt das denn einfach bei derselben Sache unterschiedliche Handhaben bei Hitler ist es dann irgendwie dann doch würde das dann doch nicht machen so weil das wahrscheinlich nicht verteidigen könnte hmm hmm ich brauche so einen Einspieler von einem Villager hmm zu framen kommen wir damit zu der Rassismusdebatte denn hier finde ich auch mal wieder sehr offensichtlich wie Leute Sachen aus New Donation from Lord es gibt das Problem mit diesen Leuten ist halt ziehst du sie heran um für dich zu argumentieren aber sie nehmen deine Bühne und argumentieren für sich selbst eins genau genau und deswegen gibt man Faschus keine Plattform da ist nichts mit Entzaubern da ist nichts mit ja aber ich nehme nur mal kurz ein Wort oder sowas nein nein die nehmen die nehmen sich deine Bühne suchen sich da drin beschmutzen den Diskurs und gehen als Sieger da raus weil sie gar kein Interesse an einem Diskurs haben die wollen nur profilieren gesehen und Reichweite werden gesehen werden und Reichweite haben so danke für die Heiß vielen Dank im Kontext reißen um mich jetzt als Rassisten darzustellen schauen wir mal was Trayman dazu sagt und Thomas also mir persönlich ist es ja sehr wichtig dass wenn es hier um Schönheit gehen würde dass sie auch aus Deutschland kommen falsch wenn es ein Schönheitswettbewerb wäre wo es darum ginge einfach nur eine Schönheit aus Deutschland zu krönen dann wäre mir der Phänotyp die Herkunft was auch immer scheißegal klingt jetzt aber irgendwie komplett anders als in seinem Verteidigungsstream wo er eine Stunde lang die Leute angeschrien hat weil die nicht begreifen er weiß schon dass viele den ganzen Stream gesehen haben oder ich glaube schon ich glaube schon dass viele das gesehen haben ich glaube nicht dass ihm bewusst ist wie viele das gesehen haben ich glaube nicht dass ihm das bewusst ist aber was war denn dann die Prämisse wo ich finde es sollte dann noch eine Frau mit typisch deutschem Phänotyp gewinnen wenn es wirklich darum ginge was ist denn der typisch deutsche Phänotyp wie kann denn eine Nation die nicht auf einer Ethnie aufbaut einen typischen Phänotypen haben wie soll das gehen Thomas hat keine Ahnung von Genotypen und Nutzstatisten Phänotypen ja es ist komplett lost also es ist halt und der Rudermeister ist es ist halt hier lügt er tut einfach so als hätte er das nicht gesagt als hätte er nicht mit mehreren Aussagen genau das gesagt wofür man ihn gekritisiert hat alle Mann und so ja aber die alle ja aber die alle Mann alle Mann sind ein grob gemischter Völkerbund aus unterschiedlichen Stämmen da gibt es keinen einen Phänotypen das war unter anderem ein Merkmal der alle Mann die sich in dem Fall von den Germanen unterschieden haben so das lernt man doch in der fucking Geschichte sonst einmal mal nachlesen kurz also repräsentieren da muss ich halt sagen ist eine Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit das passt halt einfach nicht es hat nichts mit Rassismus zu tun überhaupt nicht um das mal ausführlicher und anhand eines anderes Landes zu verdeutlichen wenn es in Japan einen Wettbewerb geben würde wo die gewinnen ich danke ich danke dir für den Sub vielen Dank okay jetzt kommt wieder ein japanisches Beispiel ich bin sehr sehr gespannt hat er nämlich schon zuvor auch mal der Typ redet einfach von Phänotypen und ist damit straight up in der Rassenlehre drin ich kann nicht mehr ja das Ding ist halt er argumentiert halt Rassismus er will seinen Rassismus der ihm vorgeworfen wurde vom Chat nicht von mir von seinem Chat will er jetzt mit offenem Rassismus indem er einfach Phänotypen in den Raum wirft ein Wort das er nicht kennt oder versteht hat er wahrscheinlich einmal kurz gegoogelt ach besseres Wort als Rasse so und argumentiert einfach dafür genau das so dass man ihn kritisiert er dachte sich einfach und dann streiche ich den Rassismus den man mir einfach in meinem Verteidigungsteam vorgeworfen hat mit Rassismus mal gemacht das japanische Beispiel die Schönheit von Japan repräsentieren soll würde ich mir als Gewinnerin eine Japanerin wünschen und nein Tramond wenn ich sage die schön was ist denn der asiatische Phänotyp dann wäre die nächste Frage was ist der asiatische Phänotyp ist denn der asiatische Phänotyp haben Vietnamesen denselben Phänotyp wie 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 Inder Leute aus Indonesien Japaner Koreaner aus Laos Kabotja Ost West China Mongolei Turkmenistan Afghanistan Ost Türkei was ist der asiatische Phänotyp wieso wieso bringt er denselben Talk nur mit neun Wörtern die er gelernt hat die er nicht kennt wieso er denkt sich einfach ich wurde kritisiert ich sage dasselbe nur mit neun Wörtern aber die hab ich gegoogelt dieses Mal bin ich vorbereitet sehr egal Tüchen Koreaner Inder Chinesen alles dasselbe laut Thomas nee gar nicht das der asiatische Phänotyp das was anderes das ist so adm1 rahl unterstrich hipster cheered x100 die neun Wörter hat er bestimmt in einem Kinderlexikon gefunden kappa da gab es nur keine Beschreibung der Worte keine Definition diesem Thema hab ich mal er benutzt das Wort Phänotyp und unterstreicht damit einfach klassisch rassistische Stereotype in Japan sehen die Leute so aus und in China sehen die Leute so aus dabei sind das halt riesige Bevölkerungsmengen und auch in Japan hab ich ja in meinem Video aufgezeigt gibt es zum Beispiel indigene Menschen die lebten da noch bevor Menschen von China und Korea nach Japan migriert sind heißt deren Phänotypen sollte sich in der Regel unterscheiden und denen einfach deren Identität abzusprechen weil Unwissenheit oder Ignoranz das ist doch Lust und das ist halt Rassismus und einfach allen Bevölkerungsgruppen die hier in Europa in Deutschland angesiedelt waren die in ihrer in ihren eigenen kleinen Stämmen unterschiedlich waren so denen einfach die kulturelle und auch biologische Vielfalt abzusprechen das ist halt Rassismus das ist halt die Rassenlehre da sind die Weißen und die Schwarzen sind da hinten und die Asiaten sind da und das sind alles so drei vier große Kasten und dann hat man die Welt auch klein aufgeteilt und alles macht wieder Sinn das ist halt das ist halt Rassenlehres Kern von Rassismus er müsste jetzt noch einen Schritt weiter gehen dann wäre er halt komplett da und anfangen zu bewerten da oben kommt der feinste Mann hin und dann kommt hier und dann hier und dann hier und dann hier und dann würde Josef Friedrich Blumenthal glaube ich hieß er Josef Friedrich ich meine ja und Emanuel Kant die würde auf jeden Fall dann mit ihm zusammen Händyschütteln und durch den Park tanzen von ja und repräsentieren dann meine ich nicht das Schönheitsideal sondern dann meine ich die Schönheit des typisch japanischen Phänotyps ja und genau das war der Kritikpunkt genau das war der er hätte sich damit rausretten können er hätte sich ja noch da rausretten können und gesagt hätte er gesagt mir ist in dem Moment nicht Schönheitsideal eingefallen so dann hätte er sich da noch irgendwie rausretten können aber nein er spricht hier explizit von seiner Fantasie einer eines einheitlichen Erscheinungsbild von gewissen Nationen Ja Ja aber das typisch was ja aber wenn man mal die das hatte wer hat denn das gesagt war das bei wem war denn das war bei mir im Video war das bei Trayvon im Video oder das war bei jemanden der hat das erklärt ähm wie Deutschland überhaupt zustande gekommen ist ja oder oder wie wie sich das damals zusammengesetzt hat bei den Allemann so und dass es damals schon ein multikulturelles Volk war Ja wir sind ein Transitland das war bei mir deswegen ist das doch absolut scheißegal wer dort am Ende des Tages Miss Germany ist äh Tray hat das gezeigt wenn die Mut machen ah genau genau das meinte Thomas ist einer dieser einer einer der meinen ja genau den Eindruck erweckt er leider mit der Verwendung seiner Fremdwörter er unterstreicht einfach nochmal mit diesem Statement seinen Rassismus und ich war in meinem Video noch so dass ich ihm nicht mal Rassismus outright unterstellen wollte so aber er unterstreicht den einfach hier nee ich meine explizit nicht Schönheitsideale also das was ein Land als schön erachtet sondern das was ich glaube dass wie die Leute dort aussehen und wenn ich finde dass eine eine Frau in Asien nach dem asiatischen Phenotyp aussehen sollte dann ist das auch legitim also stellt mich nicht als Rassisten dar wenn wenn ich sage dass das der asiatische Phenotyp ist der typisch japanische Phenotyp ist das ist so wild er bekämpft Rassismus mit Rassismus Thomas denkt Thomas denkt ich glaube Thomas denkt Rassismus sei wenn man Schwarze hasst ne Thomas ist einer dieser Menschen der denkt Rassismus ist es nur wenn man andere Ethnien abwertet oder halt ja in dem Fall hasst nicht explizit Schwarze sondern generell hasst das ist so einer einfach keine Ahnung von dem also wirklich gar keine Ahnung von dem Thema auch auch gar keine gar nicht dieses Bewusstsein für systemische Debatten und die systemische Problematik innerhalb von Rassismus und wie tief uns alle das beeinflusst in unserer Wahrnehmung und auch vor allen Dingen auch nicht der kolonialistische Unterton der Rassismus generell hat auch das alles versteht er nicht kennt er auch alles nicht weiß er auch alles nicht der hat so wenig Ahnung in solchen Themen und haut sich da wirklich ja er ist halt so ein möchtiger intellektueller am Stammfluss fühlt sich einer einfach klug wenn er halt solche Wörter wie Phänotyp in den Mund nimmt und glaubt dass er damit effektiv sein gegenüber all die Wörter argumentiert hat was er nicht getan hat er hat sich einfach nur eingeschissen und blamiert New Donation from Lord Escape wie funktioniert Thomas Theorie eigentlich bei den Amerikanern die sind ja streng genommen typisch britisch eins die funktioniert gar nicht das was anderes danke für die eins also allein das würde das ja schon widersprechen was Titek jetzt hier schon sagt stell dir mal eine hübsche japanerin vor dann würde ich an eine Frau denken mit typisch japanischen Phänotypen dann würde ich nicht an eine Frau denken die einen typisch weil Japan glaube ich auch nicht so viele also mit Sicherheit haben die auch kulturelle oder auch verschiedene Kulturen aber ich glaube es gibt auch verschiedene japaner diese kultur ist deutlich homogener als andere aber auch japan hat indigene bevölkerungsgruppen hat ein gewisses maß an diversität inselstaat halt ja ja so und er so nö sieht alle gleich aus so wie dieses k.i. bild so so stelle ich mir japanerin vor und ich liste sogar auf ich liste sogar unterschiedliche ethnien in japan auf in meinem video und tut so als hätte ich es nicht getan multikulturell wie das in westeuropa der fall ist türkischen phänotyp hat auch wenn sie den japanischen pass hat auch die türkei ist auch wieder so das ist auch so was denn für typisch türkischen phänotypen als die türkei ist auch deutlich diverser als man sich das vielleicht vor augen hält so also es ist so es ist so so plumper ungebildeter räudiger rassismus und ich weiß ich weiß auch nicht wie es in japan so unter untereinander ausschaut gibt es bestimmt auch unterschiede die wir vielleicht so auf den ersten blick nicht wissen oder oder auch gebiete wo wir die leute halt einfach nicht kennen die unterschiedlichen phänotypen von ländern anzuerkennen ist nicht rassistisch du erkennst sie ab er tut effektiv das gegenteil er tut effektiv das gegenteil er löscht einfach mit seiner argumentation löscht er einfach mindestens drei der vier phänotypen wenn wir bei dem wort bleiben wollen die ich angezählt ausgezählt angegeben habe in bezug seiner ausgabe aus und tut so als gäbe es nur einen er macht genau das und 40 etnen leben in der türkei 40 und er sagt typisch typisch türkisches typischer phänotyp der kerl ist unterkomplex sein urgroßvater will hiermit will hiermit dem gröbsten und unterkomplexesten und wirklich absoluten kindergarten und mit dem Er will mit dem absolut unterkomplexesten in Bezug zur Welt, will er einfach Ressismus, die Banken, und unterstreicht seine eigene Unwissenheit und seinen Ressismus, den er zur Schau stellt, nicht aus Hass, sondern einfach aus Unwissenheit, aus Ignoranz, weil das ist das eine, nichts über die Welt zu wissen, nichts über die Kulturen zu wissen, um die es geht, und das andere, nichts darüber in Erfahrung zu bringen und trotzdem darüber zu urteilen und zu sprechen. Und das macht er hier in dem Video. Das ist so unerträglich. Vielen, vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream. Wir sind gerade in der Folge 3 der Aufarbeitung der dritten Staffel des Thomas-Sys. Und dementsprechend ist es sehr weh. Typisch Deutsch, also blonde Haare, blaue Augen, also sollten Frauen mit braunen Haaren nicht gewinnen. Auch Thomas, nee, nee, das ist ja was anderes. Ja, natürlich. Das ist halt der... Aber das ist halt die Rhetorik, mit der wir hier gerade arbeiten. ...dem typischen Phänotyp des Landes zu entsprechen, ist auch nicht rassistisch. Mal davon abgesehen, dass... Dem typischen Phänotyp des Landes zu entsprechen. ...dass ich sowieso kein Fan von Schönheitswettbewerben allgemein bin. Aber Tramund hat die Prämisse... Ja, aber warum redest denn du... Also, sorry, aber warum redest denn du dann darüber? Also, du bist kein Fan davon. Dich interessiert es eigentlich auch nicht. Aber du musst es unbedingt sagen, dass die Person deutsches Blut tragen... Ich finde es mittlerweile unwissend... Schwierig. Thomas immer Unwissenheit zu unterstellen. Er ist Ende 20 halb YouTube hat ihn aufgekehrt etc. Er denkt das wirklich so. Man sollte seine Meinung ernst nehmen. Ergo ihm denn auch... Ja, also ja, wenn der bis jetzt nicht verstanden hat, dass das, was er sagt, rassistisch ist... Und das, worauf er seine Welt aufgebaut hat, rassistisch ist... Dann ist der halt ein Rassist. Und nicht, weil... Doch, danke dafür, dass du mich da nochmal gerüttelt hast. Das ist so. Das ist richtig. Das hat man ihm mehrfach aufgezeigt. Und in der Regel, wenn man ein Interesse daran hat, kein Rassist zu sein, dann reflektiert man sich so. Und wenn einem gesagt wird, zu sagen, in dem Land gibt es nur ein Aussehen, was er effektiv hier propagiert, so... Und das zu tun ist rassistisch. Und er sagt, das ist nicht so. Ich stehe ja von den typischen Phänotypen. Dann ist der rassistisch. Also... ...muss... ...und typisch westeuropäisch aussehen muss. Hast du einfach keine Lederhose an? Doch. New Donation vom Lord Escape. Ich kenne da ein Alligator. Zitat, was gut zu Thomas' Unwissenheit passt. Die Menschen sind nicht böse. Die Menschen sind nur dumm eins. Ja, aber das ist halt... In dem Fall... In dem Fall bin ich da wirklich bei Raspberry in Blue. Ab einem gewissen Punkt kann man diese Art der Dummheit nicht mehr instrumentalisieren, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. So. Diese Takes, die können von einem 15-Jährigen kommen. Und dann wird dem einmal der Mund mit Seife ausgewaschen. Der darf sich dann mal ein Geschichtsbuch durchlesen und sich vielleicht mal mit der Kultur, über die er spricht, halt beschäftigen. Und dann wird ihm ganz schnell klar, dass das dumm war. Benny-Ault-Shirt-X100 Meine Augen sind grün. Meine Haare sind braun. Aber meine Haut weiß. Ich bin deutsch. Anscheinend. Du kannst kein Franzose sein. Du kannst kein Franzose sein. Du kannst auch kein Holländer sein. Oder Pole. Oder Skandinavier. Du musst deutsch sein. Das ist halt der typisch deutsche Phenotyp. Oder so. Danke für die 100 Bits. Aber wahrscheinlich darfst du trotzdem nicht bei dem Ding mitmachen, weil keine blonden Haare und blaue Augen. Die belasten, ne? Ob das jetzt deutsch ist, ob das, keine Ahnung, niederländisch ist oder so. Die sehen ja alle so vom Typ her ungefähr ähnlich aus. Und genau so sollte ungefähr das aussehen. Ich check's nicht. Wirklich. Ich müsste meine Aussage nicht verstanden. Oder wollte sie nicht verstehen. Weil dann kann man mich ja als Rassisten darstellen und das ist ja viel wichtiger. Das Rassisten-Thema ist doch vor allem erst dann so richtig aufgeploppt, als du gesagt hast, die Person muss deutsches Blut in sich tragen. Ja. Also das ist doch... Und als man ihm dann deswegen widersprochen hat und man das Beispiel mit Polen zeigt, dann wurde eigentlich ganz schnell klar, worum es ihm geht. Dass die Leute halt weiß sind. Und da war halt das Rassisten-Thema in Stein gemeißelt. Wenn's dir dann doch doch nicht um die Biologie ging, sondern eigentlich um die Hautfarbe. Oder dass sie so aussehen, wie du, aber auch nicht wirklich klar ist, was aussehen wie wir, in dem Fall Thomas, aussehen ist. Also, das ist halt gut. Wo man so sagt, Junge, also dann beschwere dich doch nicht bei der Rhetorik, dass, äh, dass du rassistisch, äh, wahrgenommen wirst. Oder wollte sie nicht verstehen. Weil dann kann man mich ja als Rassisten darstellen. Das ist ja viel wichtiger. Denn nochmal, es ging darum, dass, wenn es ein Schönheitswettbewerb wäre, wo es darum geht, die Schönheit des typisch deutschen Phänotyps zu repräsentieren, dann, ich habe also ein hypothetisches Szenario gezeichnet. Aber, das muss ja ein Trainment nicht verstehen. Wir halten also fest, bei einem deutschen... haben wir nicht verstanden. Das hat niemand verstanden. Im Schönheitswettbewerb wird die deutsche Schönheit herausgestellt und bewertet. Kein Schönheitsideal. Das ist auch so, wenn du die deutsche Nationalmannschaft, ähm, zeigen möchtest, dann darfst du nicht Antonio Rüdiger nehmen. Du darfst auch nicht Musiala nehmen oder Leroy Sané. Du darfst nicht Ilkay Gündogan nehmen. Äh, du darfst... Wer sind diese Namen? Du darfst... Wen gibt's noch so? Du darfst nicht Jonathan Tah nehmen, weil die alle ja nicht so den, den richtig deutschen, ähm... Vor allem Albinos gibt's überall gehören die jetzt weniger zu einem Land dazu. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind Europäer, weil sie sind weiß. Sehr weiß. Sie sind also sehr Europäer. Mal wissen. André Führig oder den, den Mittelstädt oder sowas entsprechen. Ja, oder Niklas Füllkrug, ja. Äh, nur, nur die dürfen sich dann zeigen eigentlich im Nationaltrikot, weil die repräsentieren ja dann das Land, ja. Richtig. Das ist ganz wichtig, Leute. Salami, Dankeschön für den Saft, ja. Das ist halt, das ist halt schade. Ja, das ist halt, äh, schade, da, ich weiß nicht, ob, ob Titek dann auch so, so denkt und sagt, okay, jo, die gehören nicht in die Nationalmannschaft. Weil, die sind ja dann praktisch in seinen Augen, nicht... In einem hypothetischen Fall, wenn, wenn die Nationalmannschaft, die du als Jund, repräsentieren soll, ähm... deutsch aus, also nicht so diese typisch Deutschen so in dem Moment, weil die halt nicht so aussehen, so wie Titek das gern haben möchte. Das ist halt ein Dorf. Tamara, danke dir. Ey, ich hab starke Schmerzen wirklich. Das ist krank, das ist, das existieren. Es ging halt nicht darum, worum sich Schönheitswettbewerbe tatsächlich handeln und dass ich da dann auf jeden Fall eine Deutsche sehen will als Gewinnerin. Also tu nicht so, als ob ich... Genau das war das Problem. Genau das war doch das Problem. ...so ich bei keinem deutschen Schönheitswettbewerb eine Frau mit ausländischen Wurzeln sehen wollte. Es ging um ein ganz spezielles, klar definiertes, hypothetisches Szenario. Und dann nochmal kurz dazu. Indem er sich offensichtlich rassistisch geäußert hat, wofür er kritisiert wurde. Ja. Wenn du es nötig hast, dein Leben, dein Stolz auf etwas aufzubauen, auf das du gar keinen Einfluss hattest, dann bist du eigentlich schon ein ziemlich kleines armes Würstchen. Lustig, dass ich genau das halt auch einfach nicht tue. Aber man kann ja so tun, mich wieder als Nazi zu fühlen. Ich find das so geil, dass er sich davon angesprochen fühlt. Ich sag noch, ich sag noch, dass ich an dieser Stelle einfach mal als Abschließwort so, wollte ich einfach das reproduzieren, was mir meine Adoptiveltern mitgegeben haben. Im Punkto Nationalstolz und Patriotismus und sowas. Und er, aber das tue ich ja gar nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Eltern nicht von dir gesprochen haben? Also, die kennen dich nicht. Natürlich haben sie nicht von dir gesprochen. Digga, das ist halt so wild. Das ist so noch. Ist in Ordnung. Letzter Einwort an der Stelle noch. Beim Skript schreiben und wer... Du nennst nicht mal Namen und er ist trotzdem verletzt. So wild. In der Aufnahme hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Natürlich reden wir noch über das Thema vom deutschen Blut. Ich gebe hier keinem Zuschauer die Schuld dafür, dass sie wirklich glaubten, ich würde das mit der Nazi-Propaganda vom reinen Blut auch so sehen. Wisst ihr, warum ich das keinem Zuschauer übel nehme? Ich hatte selbst kurz geglaubt, ich hätte das mit dem deutschen Blut so gesagt und hätte mich wohl während dem Stream in Rage geredet, wo das quasi rausgerutscht wäre. Nicht rausgerutscht nach dem Motto, ich glaube daran, aber behalte es für mich. Ich erkläre kurz den Kontext während des Streams. Rund neun Stunden am Stück habe ich gestreamt und für genau die Zeit waren ständig irgendwelche Hater im Chat, die mich provoziert haben. Als es dann um das Miss Germany Thema ging, haben die schon versucht, mich als Rassist hinzustellen. Ich konnte mich nicht so gut ausdrücken in dem Moment, weil ich schon ewig am Streamen und es mitten in der Nacht war. Weil die dann andauernd nachgefragt haben, was ich denn mit Deutsch meine und sämtliche Erklärungen nicht akzeptiert haben, wurde ich sauer. Jetzt kommen wir zu der Stelle mit dem Deutsch... Da kann ich aus Erfahrung... Also ich kann jetzt nur sagen und einen großen Tipp geben. Wenn du merkst, du redest nur noch Kacke, ja, oder du provozierst dich vor allem... Und dir macht das Stream eigentlich keinen Spaß, weil du dir... Wackelverlacke! Wackelverlacke hat in diesem Stream, in diesem Stream als letzter für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gekämpft. Wie ein Löwe und ein Bär gleichzeitig. Ehre an Wackelverlacke! Danke, Wackelverlacke! Du hast die freiheitlich-demokratische Grundordnung wie ein Löwe verteidigt. Ehre! Ein Held! Ein Held! Wackelverlacke geht in die YouTube-Geschichte ein. Last! Last man or woman standing, I don't know! Wackelverlacke! Wedelt so die anti-faschistische Fläche und versucht gegen Thomas. aber das ist du weißt, dass das rassistisch ist und Wackelverlacke nochmal für dich! Da muss man ja... Das ist ja. alle auf den Sack gehen, dann beende am besten den Stream, weil das bringt ja dann nichts... Es gibt übrigens dunkelhäutige Menschen, die natürlich blond sind, zum Beispiel die Melanesier. I know, I know. Ich habe tatsächlich auch schon öfter mal den Talk torken dürften, dass das... Weil es wird gerne immer mal wieder gerne aufgebracht, dass blondes Haar ja auch ein Stück weit Kultur ist. Was lost ist. Haarfarben sind natürlich keine Kultur. Und in dem Sinne wird dann gerne mal dann da als Beispiel gebracht, dass es auch in eher schwarzen dominierten Volksgruppen, sagen wir mal einfach so, es Gruppierungen gibt, Gruppen gibt, die auch blonde Haare haben können, obwohl sie schwarz sind. Blondes Haar, Kultur, sowas, was ist. Ja, es geht in der Debatte geht es meist darum, wenn es um kulturelle Aneignung und sowas geht und um Jets und sowas und dann heißt es ja, aber Schwarze färben sich ja auch die Haare blond. Das ist ja auch Aneignung. Und weil man halt in dem Fall halt gerade, wenn es um die Schutzhaarfrisuren von Schwarzen geht, die dann gleich mit Flechthaaren, die alle haben, gleichsetzt und man, wenn man darüber dann diskutiert, dann direkt immer jemand sagt, so ja, aber die schwarze Fälle sieht die Haare auch, das ist ja auch, nein, es ist nicht, es ist keine Anreignung, wenn du deine Haarfarbe veränderst. Keine Anreignung von einer Kultur. Haarfarbe ist keine Kultur. War nie so. Werd auch nie so sein. Krampf weiter zu streamen, um sich halt wirklich in Rage zu reden, ja. Also da ist ja halt auch selber einfach dran schulden, dass es sich Die Linken mit ihren Veganismus bestimmt nicht mehr Wähler. 10. What? What? Vielen Dank für die 10. Interessanter Take. Was für die Linke, was für was für Veganismus. Völlig off topic. I don't know, I don't get it, aber vielen Dank für die 10. Völlig random. Völlig random. Aber danke für die 10 Euro. Vielen Dank. Völlig random. Wenn man weiß, dass da Leute drin sind, die einen triggern wollen und die dich offensichtlich garantiert auch aufnehmen, dann muss er halt schon drauf achten, was man sagt. Aber ja gut. T-Tech hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass Leute es komisch finden, wenn er irgendwas von deutschem Blut erzählt. Deutschen Blut. Ich selbst dachte, dass ich deshalb aus Wut mehrere Erklärungen liefern wollte und im Rage-Mode der Begriff deutsches Blut gefallen sei. Ich also tatsächlich eine problematische Wortwahl getroffen hätte. Aber schauen wir uns den Club doch mal an, wo der... Er hat eine problematische Wortwahl getroffen. Er hat das doch gesagt. Was zur Hölle? Der Begriff gefallen ist. Deutsch zu sein ist was anderes als deutsche Herkunft. Deutsche Gene. Deutsche... Keine Ahnung. Deutsches Blut. Ja. Ich sage das offensichtlich. Also was... Warum hängt er sich jetzt... Warum hängt er sich jetzt an dem... Oh, aber ich hab ja... Ich hab nicht in Rage geredet mit dem deutschen Blut so. Warum hängst du dich an dem deutschen Blut auf? Du hast gerade argumentiert, dass man zwischen Passdeutsch und deutschen Genen differenzieren muss. Das ist Faschogelaber. Und das sieht da als überhaupt nicht problematisch ein. Das sieht da nicht als Problem an. Dass man zwischen deutscher erster Klasse und zweiter Klasse unterscheidet, so. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist am deutschen Blut. Ja, Phil. Vielen Dank für die sieben Monate Support. Vielen, vielen Dank. Sieben Monate. Vielen, vielen Dank. Also, ohne Witz, was ist mit T-Tag los? Ohne Witz. Thomas und T-Tag teilen sich einen Körper und beide sabotieren sich gegenseitig. ...in einem sarkastischen Ton. Das ist absolut... Mhm. Ja, aber es ist auch kein... Also, sorry, aber wir wissen doch, dass er das doch so meint. Also, wie ist das... Wo ist denn das sarkastisch? Weil das deutsche Blut das Problem war. Nicht alles, was er in dem... in dem Kontext gesagt hat, sondern... Das deutsche Blut war das Problem. Ich kann das nicht. Ohne Witz. New Donation from Adam1ral unterstrich Hipster einfach, weil ich Schweizer bin, gibt's von mir, mehr Kappa, mehr ist gerade aufgefallen, dass der Name Thomas schon problematisch ist. Thomas Gottschalk und Thomas Gast zum Beispiel LUL20. 20 Euro. 20 Euro vom Schweizer. Vielen Dank, Ehre Schweizer. Vielen, vielen Dank. 20 Euro Donation am Ende nochmal. Ey, es ist so, es ist gottlos. Es ist gottlos, wie viel, wie viel man mit einem Thomas Stream, einer Thomas Einordnerei macht, ohne Thomas. Ehre. Und das Beste ist, dass Thomas nichts davon bekommt. Thomas, Thomas Newstime ist der stabilste Thomas. Oh, damn. Oh, damn. Das ist Namens, die sind Namensvetter. Ach, du Schese. Der arme, der arme Newsie. Eieiei, das ist belastend. Okay, Micha. Sehr, sehr, sehr interessant, Micha. Wenn das so ist, Micha, dann, ja, bin ich voll rechts jetzt. Anscheinend bin ich rechts. Ich esse Fleisch, bin rechts. Gänzelt mich, Gänzelt mich. Ich habe gerade Pizza gegessen. Salami. Also er möchte sie ja zeigen, dass er das eben so sieht. Die Person sollte deutsches Blut haben. Es ist ja kein Sarkasmus, das ist erkennbar. Er hat es vielleicht anders betont, aber doch nicht sarkastisch. Absolut nicht ernst gemeint. Deutsches Blut. Ja. Ich sage das mit einem Hitler-Akzent. Deutsches Blut. Und lache danach sogar noch. Und ihr macht wirklich... Ja, ja. Ich check immer noch nicht, dass er sich wirklich an diesem deutschen Blut aufhängt, dass das sein... seine Argumentation sein soll. Nur das. Digga, was ist zur Hölle? Was ist denn mit den Worten, die er davor gesagt hat? Also die Tonlage war... Also die Tonlage war vielleicht sarkastisch, aber nicht der Inhalt. Weil er hat ja versucht, den Punkt halt zu... Also auszuargumentieren mit diesem Wort deutsches Blut. Ob er das jetzt übertrieben erzählt, so wie er es gemacht hat, oder ob er das jetzt normal gesagt hätte. Das spielt ja gar keine Rolle, weil es geht ja trotzdem um den Punkt, den du unterbauen wolltest mit deutschem Blut. und am Ende des Tages... Keine Ahnung. Also er hat das ja trotzdem so gemeint. Wirklich daraus, dass das jetzt voll problematisch wäre, weil ich einen Witz gemacht habe? Was kann ich also abschließend dazu sagen? Hört auf, mich aus dem Kontext zu reißen, um mich irgendwie schlecht darzustellen. Hört auf, mich zu beleidigen, meine Familie damit reinzuziehen und hört auf, Hass zu verbreiten. Ich bin kein Rassist. Ich bin kein Frauenfeind und ich bin nicht rechts. Jeder, der sich fünf Minuten mit mir in ein Gespräch setzen würde... Man kennt sie, die linken... Die linken Creator, die einfach gerne mal ultra-rechte wie Ben Shapiro reproduzieren, so. Und... Äh, völlig egal, was sie gesagt haben. Äh, muss man ja... Man kann ja wohl auch im Vakuum betrachten, so. Man kennt sie. Oder... Ultra-Linken, die die ganze Zeit antifeministische Texte raushauen, so. Man kennt's. Aber er hat ja auch seinen politischen Kontext, das kompakt aufgezeigt, so. Er ist ja... Er ist ja... Er ist ja linkslieb. ...würde das auch merken, wenn man mir dann auch mal zuhören wollte. Anstatt immer nur zu versuchen, mir die... Mund zu verdrehen, um mich als irgendwas zu framen, wie wär's, wenn ihr denn mal wirklich zuhört, was ich denn wirklich gesagt habe? Was ich denn wirklich meine? Keiner muss meiner Meinung sein, aber eine Demokratie muss andere Meinungen aushalten. Zu fordern, dass Leute mit anderen Meinungen sich doch löschen sollen, ist einwandfreie Cancel Culture. Und zum Thema Cancel Culture lass ich gerne jetzt die Space Frogs mal was sagen. Ich wär's aber ganz gut, wenn... Also, was für Demokratie, Alter. Er stellt sich da hin und redet von Blut und Boden und von... was man zwischen... was man zwischen Hassdeutsch und Herkunftsdeutsch unterscheidet, so. Und jetzt jammert er von Cancel Culture, weil die Leute sagen, halt die Klappe und hör auf, Blut und Blut und Blut und Blut zu labern. Redet er von... äh... Cancel Culture, weil wir uns nicht dein Gelaber anhören wollen und dir sagen, hör auf zu labern. Fühlt er sich gecancelt. Digga. Er haut halt wirklich... Er haut halt wirklich die übertrieben ekligsten, rassistischen, frauenfeindlichsten Takes ever raus, so. Man gibt Gegenrede. Gegenrede. Man hätte sich auch einfach komplett durchmobben können, so. Man... bekommt noch relativ sachliche Gegenrede die letzten paar Monate, weil er ja vorher ein relativ gutes Standing hatte. So. Die Leute waren ja eher schockiert, was für ein Bullshit, der plötzlich redet, so. Obwohl er früher halt nie so negativ aufgefallen ist, weil die Leute sich seine antifeministischen Videos nicht angeguckt haben. So. Und jetzt, nachdem er halt so viel Gegenrede bekommen hat und einfach nicht einsieht, dass er halt einfach mal Stuss gesammelt hat, so. Spricht er von Cancel... Niemand cancelt dich. Aber du sollst seinen Kanal verdammt nochmal löschen, wenn du weiterhin nur so eine Scheiße laberst. Naja, nach Thomas heißt einfach Meinungsfreiheit, dass alle ihm zustimmen und ihre eigene Meinung dann halt nicht sagen. Ja. Ich meine, in seinem... In... In seinem Stream. In seinem Verteidigungsstream hat er die Leute alle weggebannt, die ihm widersprochen haben. Die hat er mit der Begründung, ihr seid dumm, wollte er die bannen. Er unterdrückt in seinen Streams, im Dialog mit ihm, unterdrückt er aktiv Meinung und beschwert sich darüber, wenn Leute wie ich sagen, Digga, lösche einfach deinen Kanal. Du blamierst dich hier die ganze Zeit, du bist nur am Nerven, du bist nur am Leute fronten, Lösch einfach deinen Kanal, das bringt eh nichts mehr hier. Und er... Und er... Das kannst du dir nicht ausdenken. Mehr Menschen sich trauen würden, ihre Meinung öffentlich zu sagen, weil radikale Meinungen wirken präsenter, als sie eigentlich sind. Aber gleichzeitig wäre es auch gut, dass man ein paar Menschen mehr klar macht... Er ist in der Thematik, wenn es um Victim-Blaming geht, ist er die radikale Meinung. Gerade einfach Wichser. Ihr könnt euch einreden, so viel ihr wollt, dass ihr nicht cancelt. Ihr seid gerade Wichser. Also ist das jetzt auf Theatik bezogen? Okay, gut. Ja, also was soll ich jetzt zu dem Video sagen? Ich glaube, wir haben genug erzählt. Ich denke, dass Theatik in vielen Punkten nachweislich falsches Zeug erzählt hat. Man konnte den ersten Punkt direkt aus... Oder den ersten Punkt instant wiederlegen, den zweiten Punkt instant wiederlegen. und also ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist, dass er auch oft einfach Quatsch erzählt. Oder er müsste doch einfach mal sein Video nochmal für sich selbst anschauen und merken, okay, jo, der Punkt, kann man den ausargumentieren oder wie schaut das aus? Also da gebe ich jetzt mal Theatik den Tipp, wenn er ein Video macht, dass er sich sein eigenes Video anguckt, sich selber die Fragen stellt oder sich selber mal in die Zuschauerperspektive begibt, wie das denn rüberkommt und ob man seine Argumentation einfach widerlegen kann. Und hätte er das gemacht, dann müsste er ganz genau, wo man alles wieder... Einfach kurz... Einfach kurz Synonyme googeln. Einfach kurz fragen, reicht das wohl aus, wenn ich hier einfach nur die Hälfte einer Sprachnachricht einblende? Reicht das wohl aus oder nicht? Ist die Behauptung, ah, die verbreiten Hass und Mobbing gegen mich, ist das ausreichend? Könnte die Beweislast genügen, um ein schieb- und stichfestes Argument hier aufbauen zu tun und stehen lassen zu können, so? Oder hätte die Person, die die Macht hat, alles zu veröffentlichen, die Möglichkeit da effektiv Gegenrede zu stellen und ist das dann ein gutes Argument, wenn ich keinerlei Beweise liefere, die Beweise meinem Gegenüber überlasse, der a, viel besser gesehen wird und b, eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit an den Tag legt, weil er eben nicht die ganze Zeit mit Quellen lügt und Dinge aus dem Kontext schneidet? Vielleicht haben wir mal drüber lesen lassen, jemanden. Angriffspunkte setzt, beziehungsweise wo man ihn wieder widerlegen kann und dann hätte man es theoretisch einfach anders aufziehen können. Weil das Video war wieder mal... Also war wirklich wieder ein T-Tech-Video, wie die letzten Male und es ist eigentlich traurig, weil die Quellen jetzt stellen gerade Anzeige, also schon mal. Wurde jetzt direkt gedemütigt, weil die ganze Nachricht veröffentlicht wurde. Ja, es ist... Also das... Was ist das? Also, was ist das? Das ist was so dumm. Wie gesagt, früher haben wir... Ja, war es ein Content völlig in Ordnung? Nein, der war nie in Ordnung, AlphaClevin. Der Content war nie in Ordnung. Mein Browser ist schon wieder überfordert zu sein. Mittlerweile ist das nur noch ein Trauerspiel und er verrennt sich da in Dinge, die echt nicht lustig sind und absolut nicht cool sind. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich gebe... Ich gebe jetzt auch kein Dislike. Ich gebe jetzt kein Like und kein Dislike. Ich verkehr mir dann einmal mit, Leid. Ich bin es leid, da jetzt irgendwas dazu noch zu sagen. Ich wünsche euch noch natürlich einen wunderschönen Tag. Der Link zu den Videos ist in der Beschreibung. By the way, lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Würde ich mich sehr, sehr freuen auf dem Weg Richtung 80.000. By the way, das ist sehr crazy. Ich danke euch dafür. Das ist so der einzige Trost, den man da noch ein Stück weit hat. Ich wünsche euch jetzt noch was und ja, macht es gut, Halt rein. Ich denke schon. Ah, nee, Algorithmus-Kommentar. Sorry, Algorithmus-Kommentar müssen wir noch schreiben. Leid. Schreibt mal bitte das Wort Leid. Ja, es ist halt echt so eine typische Alpha-Kevin eine Rangehensweise, dass er halt Benefit of the Doubt gibt und halt wirklich echt das Gute in den Menschen sieht. Dingens, Justin Ero ist auch so jemand. Der ist auch so jemand. Ich habe übrigens, also für die Leute, die nicht wissen, wie der restliche Teil der Nachricht aussieht, den Thomas hier uns verschwiegen hat, so, habe ich ein Aufarbeitungsvideo. Heute hochgeladen auf schnelle Welle.